schönen guten abend und herzlich willkommen meine damen und herren zu dieser veranstaltung der allgäuer zeitung anlässlich der kommunalwahlen am 16 märz hier und heute geht es um die oberbürgermeisterwahl wir haben zwei kandidaten zu gast auf dem podium katrin riedel von der spd und amtsinhaber stefan brosse von der csu der dritte im bunde ist johannes espermüller von der fdp sie wissen es vermutlich alle er hatte einen schweren herzinfarkt und kann heute nicht bei uns sein seine ärzte haben ihm abgeraten sich hier heute diesen ja doch auch stress auszusetzen wir bedauern das wir respektieren es aber auch und wünschen ihm an dieser stelle alles gute vielleicht ist er aber doch auch bei uns und kann uns sehen denn wir übertragen diese veranstaltung live im internet deswegen an dieser stelle auch noch mal herr s bemüller wenn sie uns hören und sehen alles gute für sie und gute besserung den applaus könnt ihr wahrscheinlich auch ohne internet hören vermutlich mal heute stehen sie und unsere leser im mittelpunkt neben den kandidaten natürlich es gab eine leser befragung im vorfeld dieser veranstaltung in der allgäuer zeitung deren ergebnisse wir hier heute mit einfließen lassen sie finden auf ihren plätzen oder haben sich abholen können kärtchen auf denen sie kritik anregungen fragen an die kandidaten notieren konnten wir sammeln die kärtchen ein werden sie aus und werden eine auswahl später auch hier oben präsentieren mir bleibt jetzt noch auf die musik hinzuweisen sie haben es eben schon gehört es handelt sich um ein cello trio namens die jungen streichhölzer aus kaufbeuren mit magdalena sim barbara pfanzelt und annalena zingler wir haben eben gehört drei sätze aus vier jahreszeiten von vivaldi und fields of gold von sting vielen dank dafür später mehr ich übergebe jetzt an meine kollegin renate meyer die ihnen die kandidaten vorstellen wird danke alex ein herzliches willkommen zu unserer podiumsdiskussion meine sehr verehrten damen und herren auch von meiner seite ich darf ihnen nun bis der wutzko schon angekündigt hat unsere kandidaten vorstellen begrüßen sie mit mir nun als erstes ganz herzlich nach dem motto ladies first frau katrin riedl von der spd herzlich willkommen frau riedl bitte frau riedl sie sind sozusagen ein münchner kindl denn sie wurden 1962 in der landeshauptstadt geboren aufgewachsen sind sie in der oberbayerischen stadt grafing 1983 absolvierten sie ihr fachabitur in münchen aus familiären gründen kam sie dann 1990 nach kochbeuren 1990 das war auch das jahr in dem die erste gesamtdeutsche wahl nach der wiedervereinigung stattfand wie sie mir erzählt haben war der mauerfall für sie ein besonderes freudenfest denn ihre familie lebte zu zwei dritteln in der ddr jeden monat haben sie zu hause päckchen für sie gepackt sehr geärgert hat es sie dann dass sich der damalige bundeskanzler helmut kohl sozusagen die wiedervereinigung allein auf seine fahnen geschrieben hat und zum beispiel die ostpolitik von spd-kanzler willi brandt plötzlich keine rolle mehr spielen sollte das war für sie dann der anlass 1991 in die spd einzutreten und sich von da an nicht nur politisch sondern auch parteipolitisch zu engagieren von 1995 bis 1998 waren sie zudem als parlamentarische mitarbeiterin für den kaufbeurer spd landtagsabgeordneten dr helmut simon tätig 2002 wurden sie erstmals in den stadtrat gewählt dem sie bis heute angehören 2003 übernahmen sie zudem den vorsitz des spd ortsvereins kaufbeuren statt und seit 2008 sind sie fraktionssprecherin der spd im stadtrat sie sind ausgebildete industriekauffrau und arbeiten in der personalverwaltung des kaufbeurer esbach stifts ehrenamtlich engagieren sie sich als kirchenvorsteherin in der evangelischen dreifaltigkeitskirche sie sind mutter von drei erwachsenen söhnen und freuen sich über zwei enkelkinder wenn im radio musik von genesis oder supertramp läuft kann es passieren dass sie durch die wohnung tanzen bei deutschen schlagern hingegen finden sie schnell den knopf zum ausschalten oder leiser machen zumindest zumindest ihren hobbys gehören reisen floristik und heimwerken apropos heimwerken was würden sie denn im falle ihrer wahl im rathaus als erstes renovieren ich würde als erstes im neuen ratssaal also im neuen rathaus die wand durchbrechen damit tageslicht reinkommen in den sitzungssaal das wäre das erste was ich ändern würde herr bosse scheint das auch zu gefallen vielen dank frau riedl ich darf sie nun bitten hier auf dem podium auf ihrem stuhl platz zu nehmen ich möchte aber auch noch schnell ein herzliches grüß gott loswerden ich freue mich dass sie so zahlreich da sind und interesse für unseren abend heute haben und ich möchte auch nicht versäumen hannes espermüller ein herzliches grüß gott nach wörres hofen zu schicken lieber hannes schade dass du nicht da sein kannst wir sind heute auch in gedanken mit bei dir und wird schnell wieder gesund wunderbar vielen dank frau riedl bitteschön so wir freuen uns jetzt auf oberbürgermeister stefan bosse von der csu hallo herr bosse herzlich willkommen ich darf auch sie kurz vorstellen herr bosse sie sind sozusagen ein christkindl so zu sagen ich bin ein denn sie wurden am heiligen 1964 in kaufbeurin geboren nach dem fachabitur begannen sie 1983 ihre laufbahn bei der bayerischen polizei sie studierten an der polizeiführungsakademie in münster und sind diplomverwaltungswirt fh wie man das so schön von 1996 bis 2000 waren sie im bayerischen innenministerium tätig und schrieben dort unter anderem die reden für minister günter beckstein von 2000 bis 2004 waren sie dann als kriminaldirektor dozent an der fachhochschule für öffentliche verwaltung und rechtspflege in fürstenfeldbruck seit dem ersten november 2004 sind sie oberbürgermeister von kaufbeuren sie sind damit auch verwaltungsratsvorsitzender der sparkasse kaufbeuren aufsichtsratsvorsitzender der vereinigten wertach elektrizitätswerke und derzeit stellvertretender verwaltungsratsvorsitzender der kliniken ostallgäu kaufbeuren zudem leiten sie als vorsitzender den regionalen planungsverband allgäu sie sind bezirksvorsitzende des städtetags in schwaben und seit 2008 bezirksrat im bezirkstag schwaben dabei sind sie eher zufällig zur politik gekommen wie sie mir erzählt haben nämlich 1998 als sie im innenministerium arbeiteten sollte staatssekretär regensburger an einer podiumsdiskussion zum thema sicherheit im gablonzer haus in neugablonz teilnehmen doch der politiker war plötzlich verhindert und sie mussten kurzfristig einspringen schwuppdiwupp fanden sie sich im kaufbeurer oberbürgermeisterwahlkampf wieder und die kaufbeurer csu fand ihren auftritt derart überzeugend dass sie sich und sie fragte weshalb sie eigentlich nicht als kandidat für die partei ins rennen gehen sie traten noch im gleichen jahr in die csu ein und forderten bei der nächsten wahl 2004 den amtierenden oberbürgermeister andreas knie von den freien wählern heraus der rest ist bekannt nun werden sie selbst von zwei konkurrenten heraus gefordert herr espermüller ist ja leider verhindert doch wir freuen uns auf eine spannende diskussion mit ihnen und frau riedl herr bosse sie spielten früher klarinette bei der tanzel fest knappenkapelle wie möchten sie heute abend gerne den marsch blasen ich glaube das erspare ich ihnen allen ich spiele einmal im jahr noch die klarinette beim zapfenstreich der ehemaligen und da habe ich mittlerweile nur noch eine trefferquote von 70 prozent insofern lassen wir das lieber immerhin gut herr bosse ja dann sage ich auch einen schönen guten abend schön dass sie alle hier sind auch ich grüße den johannes hoffe dass es ihnen besser geht ich habe ihn neulich in münchen im krankenhaus besucht da war er schon putzmunter und fidel und ich bin überzeugt er wird bald wieder hier sein also ihnen allen viel vergnügen gute unterhaltung und jetzt sind wir mal gespannt was er auf uns zukommt das ist ja alles sehr überraschend angelegt ja ich darf sie nun bitten hier platz zu nehmen und übergebe wieder an meinen kollegen herrn wutzko so hier wird noch umgebaut ja das war ja ein ganz entspannter anfang wir wollen jetzt allerdings gleich in einen themenkomplex einsteigen wo es vielleicht nicht so ganz entspannt zu gehen mag verschiedene themen der erste betrifft das foretle und die entwicklung der zentren in kaufbeuren und neugablons einsatz zum foretle es gibt dort die pläne für ein fachmarktzentrum ein berliner investor engagiert sich dabei und herr bosse sie machen sich für diese einkaufsmeile stark seit geraumer zeit würden sie uns bitte in zwei minuten in etwa zwei minuten versuchen zu überzeugen von diesen plänen ja im prinzip ist es so dass wir seit vielen jahren versuchen ins foretle leben zu bringen entwicklung zu bringen die geschichte ist über 20 jahre alt es war immer wohnbebauung die die stadt dort haben wollte allerdings wusste die stadt auch dass es großen schwierigkeiten begegnet man muss da verschiedene dinge wissen zum beispiel muss dieses quartier abgeschirmt werden gegen die b16 gegen die straße am graben wir haben schwierigkeiten mit dem baugrund wenn sie mit der baggerschaufel in den untergrund gehen sind sie im wasser wir haben schwierigkeiten mit der erschließungssituation es gibt denkmal geschützte gebäude es gibt viele gebäude die entfernt werden müssen das verteuert natürlich alles diese projekte und es war dann ziemlich bald klar wohnnutzung wird dort wirtschaftlich nicht darstellbar sein man wird zugeständnisse machen müssen deswegen haben auch die städtebaulichen rahmenplanungen immer vorgesehen dass in den randbereichen gewerbe oder handelsnutzungen stattfinden wir haben kein konzept bekommen das irgendwo tragfähig war die eigentümerseite hat sich letztlich nicht bewegt und bewegung ist erst reingekommen als dieser investor aufgetreten ist der gesagt hat ich könnte dort ein großes fachmarktzentrum entwickeln hat verschiedene anvermieter genannt und was bislang war ist dass der stadtrat gesagt hat wir können uns das grundsätzlich vorstellen grundsätzlich heißt wir müssen über die details reden wir müssen über die sortimente reden wir müssen über die flächen reden wir müssen gucken dass keine kleinen geschäfte aus der altstadt in dieses quartier abwandern dass die altstadt leer fällt und in dem diskussion stand sind wir momentan er hat jetzt ich habe das gefühl sie rechtfertigen dieses projekt jetzt aber erklären sie uns doch mal was bringt dieses fachmarktzentrum kaufbeuren ok also es bringt zunächst mal einen impuls in ein quartier das bislang eine brache ist wenn wir das vor etwa anschauen dann ist das glaube ich ziemlich unstrittig dass es sehr unansehnlich ist von dieser seite wir haben schönes denkmal geschütztes färberhaus da drin wir haben die situation um den mühlbach aber der rest ist unansehnlich wir haben keine vernünftige wegebeziehung es ist städtebaulich eigentlich eine brachfläche und die innenstadt nah tut richtig weh wenn wir jetzt mit dem fachmarktzentrum da rein kommen wenn die entwicklung läuft dann ist das ein impuls für den rest des quartiers dann wird es weitere effekte haben und insofern muss man jetzt schauen schafft man das ganze sache so hinzubekommen dass sie der innenstadt nutzt jedenfalls nicht schadet ja und da sind wir momentan denke ich ganz gut unterwegs frau riedel sie stehen dem projekt kritisch gegenüber das darf man so sagen was setzen sie dem was er brosse gesagt hat in zwei minuten gegenüber ja vielen dank herr wutschko ich möchte mit dem letzten satz von herr bosse beginnen das fachmarktzentrum wird nicht schaden und nicht nutzen da muss ich sagen das ist mir zu wenig wenn ich das letzte verwertbare grundstück in der innenstadt betrachte mit dieser größe mit diesen entwicklungsmöglichkeiten die hier gegeben sind dann möchte ich behaupten dass dieser ansatz der falsche ist wir werden erleben wenn wir das fachmarktzentrum bauen dass dort auch parkplätze entstehen dass die kundenströme nicht mehr wie vorher in der nord süd richtung ablaufen sondern dass die kundenströme einen bogen machen werden hinüber zum fachmarktzentrum und das wird bewirken dass die südliche altstadt weiter abgehängt wird es wird vermutlich das gleiche park system entstehen wie am v-markt wir kaufen eine semmel oder eine breze entwerten unseren parkchip und parken kostenlos am fachmarktzentrum was wiederum dazu führen wird dass das neu errichtete sparkassenparkhaus weiter schlecht belegt wird kann eine attraktive sinnvoll platzierte anbindung der altstadt über die straße am graben hinweg sie besänftigen in ihrer meinung sie könnte mich besänftigen wenn sie einerseits bezahl wäre bezahlbar wäre oder andererseits auch praktikabel wäre ich meine es wird immer verglichen mit dem übergang am röter dort haben wir zwei fahrspuren bewerten unten am fachmarktzentrum fünf fahrspuren haben die wir zu überqueren haben das wird eine ganz andere attraktivität haben und deswegen meiner ansicht nach in der form nicht funktionieren der steg ist die andere variante aber das bringt viele kosten mit die die stadt zu tragen hat und das ist eigentlich nicht einzusehen dafür für den effekt der eben zu befürchten ist für die altstadt vor allen dingen für die südliche altstadt ja herr bosse ganz kurz zum stand der dinge anbindung altstadt zahlen wird das die stadt planen wird das die stadt wann wird das passieren gut jetzt müssen wir erst mal sehen ob die entwicklung überhaupt kommt wir sind ja mitten im verfahren der investor hat jetzt seine vorstellungen dargelegt das ist noch nicht endgültig das heißt es gibt immer noch modifikationen das ganze soll dann voraussichtlich im april in den stadtrat der stadtrat muss dann die sache entweder billigen oder beenden wenn es billigt geht es in die öffentliche auslegung und das ist dann der zeitpunkt wo man sehen muss ob man diese anbindungsfrage hier vernünftig lösen kann deswegen gibt es am ersten april eine bürgerversammlung zum thema anbindung da werden die verschiedenen varianten dargelegt die anbindung ist für uns auch quasi eine brücke in die altstadt thematisch die innenstadt liegt den kaufbeurern sehr im herzen das zeigt sich auch bei unserer leser befragung im vorfeld der heutigen podiumsdiskussion auf unverständnis stoßen dabei vor allen dingen die vielen ramschläden ich zitiere das jetzt wie es eine leserin eben ausdrückt ein beispiel ist ein neuer ein euro shop sie wissen es in der ehemaligen chriszenzia apotheke ja genannt werden auch horrende mieten die angeblich zu vielen lehrständen führen frau riedel welches konzept haben sie gegen diese entwicklung also grundsätzlich muss man sagen dass wir natürlich den eigentümern nicht vorschreiben können welche mieter sie herein nehmen ich möchte allerdings die fußgängerzone so rasch wie möglich attraktivieren sanieren im einvernehmen mit dem einzelhandel da bin ich mir im übrigen mit dem herrn bosse einig allerdings möchte ich da wie man so schön sagt gas geben das soll also nicht erst in den nächsten jahren sondern ich habe mich schlau gemacht das könnte im grunde im nächsten jahr schon beginnen es soll eine konzertierte aktion werden nach meiner vorstellung wir werden im gegenseitigen einvernehmen hinbekommen dass die fußgängerzone so attraktiv wird dass sie wirklich mehr kundenströme anlockt dass mehr kunden dort hinein kommen und was das größte ziel auch ist in diesem zusammenhang ist dass die die altstadt für wohnen wieder attraktiver wird also dass wir wieder mehr bewohner in die altstadt bekommen im moment haben wir 600 menschen die dort leben aufnehmen könnte die altstadt 2000 und wir wünschen uns ich wünsche mir dass wir die oberen etagen die jetzt vielfach leer stehen wieder bevölkert werden dass dort wieder attraktiver wohnraum entsteht und einfach mehr leben war riedel habe ich sie jetzt eben richtig verstanden sie wollen die fußgängerzone im nächsten jahr in einem zug sanieren das wird baulich wahrscheinlich nicht gehen aber es kommt auch um den auf den startpunkt an wann wir beginnen und ich denke dass da sicher auch ein wettbewerb vorzuschalten ist das dauert natürlich auch eine weile aber ich möchte nicht allzu lang damit warten also es soll wirklich zügig vorangehen ja herr bosse wenn wir noch mal zu meiner vorherigen frage kommen die situation in der altstadt wie kann die stadt wie wollen sie als möglicherweise künftiger oberbürgermeister gegensteuern also wir haben aktuell 39 leerstände in der altstadt schwerpunkt ist im übrigen der bereich ringweg untere ludwigstraße also das quartier wo es eigentlich nicht lohnend ist hinzugehen weil dahinter im prinzip nichts vorhanden ist deswegen ist auch dieses konzept mit dem fachmachzentrum durchaus sinnvoll ansonsten sind es so genannte zweierlagen das heißt in der ersten reihe in der fußgängerzone haben wir eigentlich eine vernünftige situation was die läden angeht da kann man lang drüber diskutieren da haben wir keinen einfluss drauf das problem ist dann die zweite reihe also hinten zum beispiel der breite bach oder hier die ludwigstraße und so weiter und da müssen wir tatsächlich sehen dass wir da wohnnutzung reinbekommen weil in diesen lagen in der regel handel nicht mehr funktioniert das klappt mit den logistischen anforderungen nicht mehr das macht auch probleme mit dem ganzen lieferverkehr was die anwohner angeht und deswegen müssen wir die innestadt stück um stück um widmen das erdgeschoss könnte richtung garage gehen man müsste gucken dass die häuser auf aufzug bekommen dass wir auch demografie fest letztlich sind und oben in den oberen etagen da haben wir einen hohen wohnwert wohnen mit einem dachgarten zum beispiel das sind tolle perspektiven die wir haben da müssen wir einige hürden jetzt momentan nehmen wir sind mit dem denkmal schutz in enger abstimmung aber ich bin sehr zuversichtlich dass jetzt ein richtiger schwung reinkommt wir haben erste sehr erfolgversprechende ansätze hier in der ludwigstraße hier hat es einen eigentümerwechsel gegeben in den beiden häusern die seit langem uns ein dorn im auge sind weil keine entwicklung da ist und da werden sicher weitere auch folgen stichwort fußgängerzone auch noch mal von ihrer seite ist das was frau riedel sagt aus ihrer sicht realistisch beginn nächstes jahr bereits ja also jede reise beginnt mit dem ersten schritt und was der erste schritt ist das muss man hier wirklich diskutieren wir brauchen auf jeden fall den handel im boot wir brauchen die anwohner und müssen mit denen zusammen konzept entwickeln architektenwettbewerb kann man hier machen bietet sich tatsächlich an und insofern sollte man dann mal die anforderungen definieren und ganz viel mühe darauf verwenden dass die abläufe koordiniert werden sehr positives beispiel mindelheim wenn sie es nachlesen super gelungen da hat sich niemand beschwert da sind rote teppiche für die kunden ausgelegt worden ich sage mal man hat die baustelle fast nicht bemerkt und sowas bräuchten wir auch in kaufbeuren da muss man wirklich dann personal einsetzen die sich kümmern mit den geschäftsinhabern die strategien entsprechen dass man das gut durchbekommt aber eins ist auch klar dem handel ist versprochen dass wir das die nächsten fünf jahre machen und das ist für mich ein realistisches zeitfenster also innerhalb der nächsten jahr nächstes jahr oder eher in fünf jahren nächstes jahr anfangen und dann muss man sehen wie man es hinbekommt ob was in mehreren abschnitten macht oder ob man es auf einmal macht das ist die frage die zu klären ist können sie die schon beantworten die werde ich nicht allein beantworten sondern das muss mit dem handel diskutiert werden und es spricht viel dafür zu sagen wir machen das jetzt auf einmal auf der anderen seite haben wir jetzt eine schwächung unserer nord-süd verbindung durch die aktuelle baustelle hier in der traube das heißt ein jahr vielleicht zwei jahre zum luft holen sind nicht schlecht und dann muss man sehen ob es in einem zug macht oder in zwei herr brosse riedel frage an sie beide bitte nur ein ja oder ein nein wäre eine sanierung der fußgängerzone anlass über eine ausweitung der fußgängerzone nachzudenken nein ja sie wollen das so stehen unser blick geht natürlich auch nach neugablons auch dort gibt es ganz ähnliche klagen vielleicht nicht ganz so laut über viele leerstände viele discounter supermärkte die den kleineren geschäften möglicherweise den chaos machen frau riedel wann haben sie denn zuletzt in neugablons eingekauft und haben sie dabei eine ähnliche tendenz entdeckt oder bemerkt letzten samstag da war ich nämlich auf dem wochenmarkt und 14 tage vorher auch schon also ich muss zugeben dass neugablons jetzt nicht gerade so mein ganz enger einkaufskreis ist aber ich bin jetzt schon regelmäßig oben gewesen vor allen dingen auch wegen des wochenmarktes und ich schätze auch das angebot das sich in den letzten ein zwei drei jahren dort entwickelt hat und wir wissen ja aus dem einzelhandelskonzept dass dort eigentlich alles vorhanden ist was wir brauchen um eine lebendige struktur aufrecht zu erhalten muss aber natürlich auch weiter gesichert und gefestigt werden herr brosse der auf jahre angelegte umbau des neuen marktes gerade stockt da ja etwas und die fortsetzung wurde auf nächstes jahr verschoben sie sind da immer auch wieder mit kritik konfrontiert der bürger den einen gefällt den anderen nicht so sehr würden sie eigentlich alles genauso wieder planen wir würden es genauso wieder machen im sinne vom verfahren das heißt wenn man sieht wie das angelaufen ist dann hat man ja von anfang an versucht die bürger reinzuholen zu sagen was passt euch nicht was soll anders werden und da war ganz klar es muss der neue markt sein und dann hat man versucht den konsens herzustellen der war leider relativ schnell erschöpft konsens war es müssen hinterher mindestens so viele parkplätze sein wie vorher aber dann gingen die meinungen weit auseinander und es war ein sehr langer prozess wo wir die bürger immer wieder versucht haben mit rein zu bekommen am schluss stand dann der architektenwettbewerb die auswahl des modelles und dann die umsetzung und siehe da es gab dann protest und die leute haben gesagt ja so haben wir das nicht gewollt aber was ist die alternative du kannst nur versuchen höchstmaß an transparenz sondern beteiligung durchzuführen und dass du es hinterher nicht allen recht machen kannst das ist auch völlig klar ja vielen dank das zweite große wahlkampf thema neben dem foretle ist sicherlich das marode eisstag bzw die zukunft des eistadions es geht dabei ja nicht nur um eine immobilie oder einen betonklotz sondern es ist die heimat des esvk ein traditionsverein ein aushängeschild der stadt nach wie vor mit einer wunderbaren jugendarbeit und dem profisport und bei allen konzepten die jetzt diskutiert werden muss ja der stadtrat ein spagat machen denn es geht ja immer auch um die anderen vereine die förderung der anderen vereine die nicht benachteiligt werden dürfen herr bosse welches konzept für das eistadion schwebt ihnen vor neubau sanierung oder pünktchen 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 also die hoffnung dass wir das mit einer sanierung hinbekommen hat sich leider zerschlagen es ist wirtschaftlich nicht sanierbar das ist mittlerweile konsens wir haben mehrere gutachter eingeschaltet die kommen alle zum selben ergebnis der beton ist verbraucht man kann alles sanieren aber es wird teurer wenn wir sanieren als wenn wir neu bauen jetzt ist die frage neu bauen an der stelle oder woanders das ist wahrscheinlich nicht so entscheidend das wird eher eine städtebauliche frage sein wo wollen wir unser eistadion haben soll es am berliner platz bleiben oder soll es zum beispiel richtung mauerstätten raus in das gewerbegebiet darüber muss der stadtrat diskutieren kostenmäßig wird sich nicht viel geben wir werden immer bei rund 20 millionen euro landen und das ist jetzt für mich der letzte punkt was soll da entstehen ich weiß dass bernhard wohl zum beispiel sagt es soll eine multifunktionshalle werden der gedanke einer multifunktionshalle fasziniert zunächst mal weil man sagt da können wir viele dinge auf einmal erledigen wir können unsere sportvereine um weitere sportstätten letztlich verstärken wir können eine veranstaltungshalle machen und letztlich da veranstaltungsplattformen bieten ich sage ganz klar es wird nicht mehr finanziell beherrschbar und darstellbar für uns wenn wir da zu viel reinpacken wir können froh sein meine damen und herren wenn wir schaffen überhaupt eine schlanke einfache eishalle geschlossen übrigens also nicht mehr offen hin zu bekommen das wird ein riesen kraftakt für die stadt und das ist alles andere selbstverständlich ich habe überhaupt keine schwierigkeiten wenn wir in dieses bauvolumen das ohnehin entstehen muss weitere nutzungen reinpacken und wenn die halle im sommer auch anderen vereinen zur verfügung steht überhaupt keine frage aber im kern werden wir es nur schaffen wenn wir eine ganz einfache die einfachstmögliche eishalle bauen konsens ist glaube ich auch dass der bürger letztendlich entscheiden soll über diese riesige investition sie herr bosse sind auch bürger und werden dann gefragt wie werden sie entscheiden das kann ich ihnen heute noch gar nicht sagen weil die fakten noch nicht auf dem tisch liegen was für fakten brauchen wir denn wir haben jetzt verschiedene stellen nachgefragt und haben gesagt gibt es eine förderung bislang nur absagen wir haben keine einzige stelle die dieses projekt fördern würde außer dem ministerpräsidenten der gesagt hat na gut die traditionsvereine liegen im herzen darf ich darf ich sie da unterbrechen und zu frau riedel sehen sie das eigentlich auch so mit der förderung ja wir haben ja tatsächlich das problem dass nach derzeitigen stand vom land bayern keine förderung kommt ich bin jetzt etwas verwundert weil ich heute im kreisboden gelesen habe das schon von zehn millionen förderung die sprache die rede ist festzuhalten ist mal von meiner seite dass der esvk zu kaufbeuring gehört wie stenzel fest und wir schätzen natürlich auch in ganz besonderer weise die jugendarbeit und sind selbstverständlich auch für einen stadionneubau nur wie der herr bosse schon sagte wir müssen erstmal die fakten auf den tisch bekommen der esvk selbst hat im übrigen sich noch nicht geäußert was er tatsächlich braucht oder möchte wenn wir alle fakten haben wenn wir wissen um was es geht über welche summen wir verhandeln dann können wir weiterreden und sie haben es auch schon gesagt herr wutschko es ist einhellige meinung im stadtrat dass wir über ein bürgerentscheid das abstimmen lassen wollen denn es wird wirklich ein kraftakt werden da bin ich mit dem bosse einer meinung wie werden sie entscheiden als bürgerin da sind sie sich schon einig das ist ja unglaublich okay das muss ich akzeptieren jetzt kommen wir zu den anderen vereinen da gibt es ja etliche vereine die sich da so ein bisschen zurückversetzt fühlen mittlerweile angesichts dieser diskussion über 15 20 millionen das sind schon gewaltige summen frau riedel welche prioritäten setzen sie denn bei der förderung aller vereine in der stadt also wir hatten ja vor kurzem eine veranstaltung auch im rahmen des kommunalwahlkampfs da haben wir nochmal dargestellt was wir wollten mit unserem sportstätten entwicklungsplan warum das sinn macht warum das eine vernünftige angelegenheit können sie das in einem satz erklären was das ist ein sportstätten entwicklungsplan bedeutet dass alles was an sportstätten vorhanden ist auf den prüfstein kommt und alle vereine die beteiligt sind und alle bürger die dort sport treiben befragt werden und alles in einer in einer studie zusammengeführt wird und dann die entsprechenden schlüsse daraus gezogen werden herr bosse sie nicken nicht sie schütteln den kopf warum sportstätten entwicklungsplan geht wesentlich weiter und sportstätten entwicklungsplan einsatz war verlangt sie dürfen noch ein frau riedel das darf die frau riedel schon noch ergänzen da machen sie mal herr bosse sie werden dann gleich schon antworten jetzt jetzt haben wir es also was die hier ausgelassen hat ist im prinzip die perspektive die über sportstätten entwicklungsplan aufgemacht werden soll das heißt man analysiert die demografische entwicklung und die mutmaßliche entwicklung der sportarten und überlegt dann auf der basis was brauchen wir mutmaßlich in zukunft da ist natürlich viel nebelstocherei auch dabei und im kern haben wir dieses konzept abgelehnt weil wir gesagt haben es hilft uns momentan keinen millimeter weiter in der entscheidung der frage des eistadions das hilft uns momentan nicht weiter sondern wir haben jetzt ein drängendes thema und wir müssen da eine entscheidung treffen und in diese entscheidung müssen wir die bürger mit einbeziehen weil es um ganz viel geld geht und da wird dieses sportstätten entwicklungskonzept keine besseren antworten geben als die gesamtheit der bürger in einer umfrage letztlich darstellen können frau edel bitte ja bin ich natürlich bin ich natürlich anderer meinung also in einem punkt das muss man schon so richtig sehen oder bestätigen wir haben das drängende problem des eistadions aber wir haben eben auch viele andere vereine mit sehr vielen anderen bürgerinnen und bürgern die sport treiben wollen und dies auch tun sollen und damit wir uns eben nicht im detail verlieren bzw nicht in die falsche richtung planen deswegen haben wir gesagt wir möchten zu einem sportstätten entwicklungsplan auf den weg gebracht wissen ich möchte zum beispiel ein beispiel noch anbringen aus sachsen anhalt dort ist es so da fördert das land die sportstätten mit 80 prozent das ist eine enorme summe aber die kommunen möchten wenn sie diese förderung abfragen möchten abrufen möchten müssen einen solchen sportstätten entwicklungsplan auf den weg gebracht haben und das ist eine sinnvolle angelegenheit weil man damit zumindestens mal die gefahr dass man in die falsche richtung investiert minimieren kann sage ich jetzt mal das heißt jetzt aber nicht um das gleich vorweg zu nehmen dass wir wenn wir ein eistadion bauen die gefahr sehen dass wir in die falsche richtung investieren das wird in jedem fall die richtige richtung sein nur haben wir eben noch viele andere sportvereine an die wir auch denken wollen das war der sport sport ist ein gutes stück freizeit zur freizeit gehören aber beispielsweise auch spielplätze kultur ganztagsangebote an den schulen was uns zum nächsten recht breiten themenblock führt den wir jetzt einfach mal mit lebensqualität überschrieben haben und ich fange mal gerade bei den spielplätzen an weil das auch ein thema bei unserer leser umfrage war herr bosse was ist ihnen denn wichtige attraktive spielplätze in der stadt oder ein wanderweg rund um den bärensee das muss man nicht alternativ beantworten wir werden beides hinbekommen wir haben 58 spielplätze und spielpunkte momentan kommunale dieses jahr kommt ein weiterer dazu an der roschwitzer straße wird ein spielplatz entstehen dann haben wir 59 und die werden natürlich gepflegt ich habe die umfrage auch gelesen es geht nicht nur um die zahl der spielplätze ich weiß schon es geht auch darum dass die in schuss sind dafür haben wir die werthaftalwerkstätten unter vertrag die kontrollieren die spielplätze im wochenturnus die machen auch sauber die rechen den sand auf und alles und wenn schäden an den spielgeräten da sind dann melden die das dem bauhof und ersetzt es innerhalb von zwei bis drei tagen in stand was man nicht hinbekommt ist dass ständig null müll und null scherben auf dem spielplatz sind es ist nicht machbar sondern man muss wirklich in kurzer zeit nacharbeiten oder für die bürger offen sein wenn die bürger mitteilungen machen an den bauhof dann macht man das natürlich auch sauber also der reinigungstonus hängt auch von den mitteilungen ab da sind die bürger auch in der verantwortung den bären sie rundweg den haben wir seit vielen jahren im programm es gibt nach wie vor die probleme mit den grundstücken oben an der b16 aber wir werden das hinbekommen wir sind jetzt mittlerweile auch bei einer anderen variante und ich bin überzeugt dass wir das auch die nächsten jahre sehen werden wir müssen uns möglicherweise von diesen grundstücksverhältnissen unabhängig machen und eine andere lösung suchen frau riedel auch sie kennen die ergebnisse der leser umfrage ich brauche diese ganzen furchtbaren dinge nicht zitieren die ich mir aufgeschrieben habe ich fasse es mal zusammen es gibt etliche leser die sprechen von verschmutzungen auf spielplätzen von vandalismus und unattraktiven spielgeräten immer wieder wird genannt ein spielplatz in bad wöres hofen gartenstadt die den kennt glaube ich jeder vater und jede mutter in kaufbeuren frau riedel gibt es denn bei der stadt nachholbedarf was die pflege von spielplätzen betrifft also ich würde jetzt mal sagen es ist an manchen stellen sisyphus arbeit wie der herr boss es schon erwähnt hat es ist alle tage oder alle zwei drei tage ein neues ärgernis vorhanden aber tatsächlich denke ich schon das alte spielplätze ertüchtigt werden müssen wir haben natürlich das ist ganz klar in den letzten jahren prioritäten gesetzt auch im haushalt der haushalt ist ja sehr knapp das wissen wir ja wird nicht besser durch die misere im klinikum wir haben die priorität dass wir sicher in den an den neuen spielplätzen die entstehen also zum beispiel wo ich wohne am neuen kesselberg da ist der spielplatz in einem sehr guten zustand wird auch hervorragend angenommen also bei wetter wie heute oder gestern sehe ich dort ganze trauben von müttern mit kindern die den platz gerne annehmen aber es gibt eben auch bereiche wo es mau ausschaut und ich denke in zusammenarbeit auch mit dem stadtjugendring der hat sich das ja mal vorgenommen werden wir da sicher haben wir sicher nachholbedarf vielen dank jetzt machen wir einen ganz scharfen schnitt hin zur kultur die ja in kaufbeuren sehr vielschichtig ist bekanntermaßen es gibt ein städtisches kulturkonzept darin ist die rede von der notwendigkeit von einzelnen leuchtturm angeboten so nenne ich es jetzt mal herr bossel wo sehen sie denn diese highlights in zukunft leuchtturm angebote was ist das überhaupt letztlich geht es darum die stadt auch von außen wahrnehmbarer als kulturstadt zu positionieren und da haben wir noch einen weg vor uns es gibt dinge die über regional wahrgenommen werden da gehört zum beispiel das kunsthaus dazu da gehört auch die außerordentliche arbeit in der kulturwerkstatt dazu und wir sind auch mit dem filmfestival mit der filmzeit in kaufbeuren wirklich super unterwegs haben da ganz tolle anerkennung bekommen und das entwickelt sich großartig was jetzt neu geschaffen werden soll das sind straßen kunst festivals wir werden also im september ein erstes haben und das ist so angelegt dass es wirklich spektakulär ablaufen wird und tatsächlich auch für die menschen sage ich jetzt mal im großraum münchen eine attraktion darstellen wird so schaffen wir es auf kaufbeuren positiv aufmerksam zu machen frau riedel braucht es braucht es denn solche leuchttürme überhaupt oder kann man auch auf dem bestehenden aufbauen und das weiterentwickeln also ich denke dass das konzept sicher eine sehr sinnvolle sache ist wir haben ja im vorfeld schon untersuchungen betrieben die sind uns vorgestellt worden und es ist bedauerlicherweise eine große diskrepanz herausgekommen zwischen der wahrnehmung in der bevölkerung die jetzt nicht selbst kulturschaffend ist und den leuten den bürgerinnen und bürger die im kulturellen leben sehr aktiv sind also wenn man an vielen kulturellen veranstaltungen teilnimmt so wie es uns auch als stadträten immer wieder möglich ist dann erlebt man die stadt als sehr lebendig aber menschen die sich nicht so sehr viel im kulturellen bereich bewegen hat man uns gesagt ich wollte das kaum glauben die empfinden das als ja ich sag jetzt mal etwas verschlafen ich kann es nicht bestätigen aber das kulturkonzept wird auf jeden fall uns voranbringen da bin ich überzeugt davon ja das hörte sich jetzt ein bisschen nach kritik an dem vorhandenen an habe ich das nein nein so will ich das nicht verstanden auf keinen fall also wir haben ein wunderbares angebot und es ist ja auch so dass alle überhaupt alles ehrenamtliche engagement oder alles was die stadt lebendig macht auch irgendwie zum zusammenhalt dieser gesellschaft beiträgt und da haben wir sicher keinen nachholbedarf oder was heißt keinen nachholbedarf da sind wir im kulturellen gut aufgestellt jawohl also ich habe sie gewarnt das thema lebensqualität ist sehr breit angelegt deswegen komme ich jetzt gleich zur sicherheit und frau riedel da würde ich gleich bei ihnen weitermachen würden sie sich nachts eigentlich allein auf den neuen markt trauen ich bin öfter nachts alleine in kopffeuern unterwegs was machen sie da nach hause gehen nach hause gehen von sitzungen veranstaltungen oder sonstigen ja also ich frage deswegen weil etliche leser sich da sorgen machen es ist jetzt eine sehr individuelle geschichte sorge wegen der sicherheit können sie das nachvollziehen also diese sorge kommt natürlich vor allen dingen aus neugablon also ich weiß dass es da schon immer wieder probleme gibt aber wir es wird uns immer wieder bescheinigt von der sicherheitsseite her dass kaufbeurin die drittsicherste stadt bayerns ist wenn solche klagen kommen dann müssen wir zur kenntnis nehmen dass offensichtlich eine diskrepanz besteht zwischen der tatsächlichen sicherheit und dem wie die wahrnehmung bei den bürgerinnen vor allen dingen in kaufbeurin ist ja herr bosse wie wollen sie auf diese nöte in zukunft eingehen sie werden damit ja auch ständig konfrontiert in bürgerversammlungen ja es ist seit jahren ein thema und man darf es nicht kleinreden also wir haben tatsächlich eine sehr geringe kriminalitätsbelastung im vergleich deutschlandweit und bayern weit sind wir da wirklich super unterwegs aber es ereignet sich hin und wieder auch was es ist weniger als woanders aber es beunruhigt die leute trotzdem und insbesondere ältere menschen sind sehr sensibel auf diese dinge nehmen die sehr intensiv war und sie tragen ja auch dazu bei herr wutschko wissen sie wenn tatsächlich mal was ist dann machen sie da mehrere berichte drüber erst mal wenn die sache bekannt wird dann wenn der täter ermittelt wird dann wenn das gerichtsverfahren beginnt dann wenn die verurteilung ist und am schluss möglicherweise noch wenn der täter ins gefängnis kommt also der selbe sachverhalt wird siebenmal gewälzt und die leute sagen am schluss um gottes willen also ich erinnere zum beispiel an diesen fall in der desselstraße wo wir tatsächlich ein tötungsdelikt hatten zwar in einem geschlossenen kreis aber sowas beunruhigt die menschen einfach und da müssen wir gegensteuern natürlich indem er auch verhaltenshinweise geben nicht indem er die dinge kleinreden sondern indem er das ernst nehmen für bessere verhältnisse sorgen was beleuchtung angeht das ist zum beispiel seit jahren thema wo wir versuchen die dunklen ecken heller zu bekommen auch indem wir die dinge sauber machen das ist auch ganz wichtig kein müll liegen lassen wenn wir ansammlungen von müll haben sofort entfernen wenn wir schmierereien haben weg damit weil die leute das letztlich beeinflusst die sagen das ist hier nicht schön das ist hier schmuddelig das ist unsicher dafür ich mich nicht wohl bleiben wir doch mal bei so müll ablagerung vandalismus wird auch regelmäßig diskutiert videoüberwachung auf plätzen an wertstoff inseln wie stehen sie dazu frau idl was was geht da was geht nicht also ich würde einen anderen ansatz wählen ich würde sagen ist ist gescheiter in bürgerversammlungen zum beispiel immer wieder an die vernunft der bürger zu appellieren ich weiß dass es schwierig ist gerade an den wertstoff wertstoff inseln es gibt in neugablons eine die ist am wochenende immer zugänglich oder zumindest in weiten teilen es ist mir unverständlich es ist ein super service den wir dort zur verfügung gestellt bekommen und ich kann es nicht nachvollziehen man kann eigentlich immer nur an die vernunft der bürger appellieren videoüberwachung wäre für mich wirklich das aller aller letzte mittel also ich kann es mir nicht recht vorstellen wenn es empfohlen wird von fachlicher seite wenn es als effektives mittel angepriesen wird müsste man im einzelfall darüber nachdenken sie haben da vermutlich schon darüber nachgedacht als ehemaliger polizist natürlich haben wir das wir werden auch die medienlage gut aus in nemmingen hieß es neulich habe man eine wertstoff insel mit video überwacht konnte man allerdings dann nicht bestätigen zumindest keinem öffentlichen raum wenn sie im öffentlichen raum videoüberwachung machen wollen dann brauchen sie die rechtsgrundlagen des polizeiaufgabengesetzes dazu und das polizeiaufgabengesetz gibt sowas nur her bei schweren straftaten die sich wiederholt dort abspielen dummerweise ist müll ablagern in der form keine schwere straftat in diesem sinne es würde uns wirklich helfen wenn wir das zumindest phasenweise machen könnten und wir suchen auch nach möglichkeiten einfach um auch exempel zu statuieren aber es gelingt rechtlich nicht wir können videoüberwachung in unseren gebäuden machen auch mit großen einschränkungen am gablonzer haus haben das zum beispiel gemacht das hat viel gebracht also rein unter präventiven aspekten da passiert jetzt deutlich weniger zwar immer noch genug aber weniger als vorher und da schauen wir schon dass wir die rechtlichen möglichkeiten immer ausschöpfen aber die geben nun mal auch nicht mehr her ich möchte zu einer wirtschaftsfreundlichen kommune kommen oder zu einer wirtschaftsfreundlichen kommune je nachdem wie man das sieht die stadt kann da keine arbeitsplätze schaffen das ist uns allen klar aber sie kann ein unternehmer familien und arbeitnehmerfreundliches umfeld schaffen dazu gehören ganz viele dinge beispielsweise die kinderbetreuung ganztagsangebote in den schulen und so weiter in aller kürze frau riedel wie sehen da ihre konzepte für die zukunft aus ja es ist schwierig in der tat wir müssen die rahmenbedingungen natürlich weiter verbessern ich setze große stücke darauf die vier den die b12 vierspurig auszubauen weil wir eben schmerzhaft erkennen mussten dass bei gewerbeansiedlungen ein raster über die stadt gelegt wird sind bestimmte dinge vorhanden sind bestimmte infrastruktur voraussetzungen erfüllt und wenn der vierspurige an die vierspurige anbindung nicht vorhanden ist dann sind wir eben schon sehr oft durch das raster gefallen also ich habe kann ich auch ganz offen sagen früher immer die meinung vertreten es ist nur ein psychologisches problem wie schnell wir auf der a96 sind das ist eben offensichtlich nicht der fall also wir müssen da das zur kenntnis nehmen dass wir diesen vierspurigen ausbau brauchen und ich denke die rahmenbedingungen in der stadt in den punkten die sie angesprochen haben die sind schon relativ gut wir haben noch nachholbedarf zum beispiel im bereich hort unterbringung aber die sogenannten weichen standort faktoren sind sehr gut auch die abwicklung im wirtschaftsreferat in der bauverwaltung wenn etwas neu errichtet werden soll sind gut das ist unbestritten aber die erfahrungen von herrn bosse in den letzten zehn jahren er wird es mir wahrscheinlich bestätigen es ist nicht einfach ja das war ein lob von frau riedel herr das heißt natürlich nicht dass man nicht noch besser werden kann wo sehen sie da herr bosse potenzial also zunächst mal sind wir ganz gut unterwegs wir haben zwar riesen schwierigkeiten den rückstand aufzuholen der ist gewaltig aber wenn sie sich die entwicklung der sozialversicherungspflichtigen beschäftigten anschauen seit 2006 da war ein absoluter tiefstand haben wir kontinuierlich zugenommen gegenüber 2006 haben wir jetzt 1600 arbeitsplätze mehr inkaufbäuerinnen sozialversicherungspflichtig und es geht weiter nach oben auch jetzt in diesem jahr also so ganz falsch sind wir nicht unterwegs natürlich müssen wir an die b12 ran das muss kommen und wir müssen weiter gucken dass wir den bestand pflegen weil das ist das a und o ich kenne fast keine entwicklung in den letzten jahren die nicht über den bestand gelungen ist das heißt die kontakte unserer unternehmer die werbung die unsere unternehmen für die stadt machen die ist entscheidend wenn wir dann auch jemand neuen nach kaufbeuern holen wollen so war das auch bei hw am anfang dass wir überhaupt in den wettbewerb reingekommen sind das war ausschließlich örtlichen unternehmern zu verdanken und dann haben wir gekämpft und dann haben wir alles gegeben und sie gewinnen wenn sie flexibel sind hohen einsatz zeigen eine tolle kompetente verwaltung haben und dann kriegen sie auch den erfolg und den zuschlag ja sie haben beide den b12 ausbau genannt ich würde das thema gerne aussparen denn es liegt nun mal leider nicht in erster linie im einflussbereich der stadt sie können politisch druck ausüben aber sie können es nicht entscheiden und müssen es auch nicht bezahlen gut man kann es pushen und das war ja wichtig also auch wenn da immer wieder behauptet wird dass seit jahrzehnten versucht wurde die b12 ausgebaut zu bekommen ich habe nichts gefunden und das war vom ersten tag seit ich oberbürgermeister war das zentrale thema ja wenn wir sehen wie wir ja okay ich wollte noch einen satz anfügen ist scheint unsere leser auch nicht so wahnsinnig zu interessieren denn es kamen da relativ wenig resonanz es ging aber auch um die umwandlung des fliegerhorstes in eine zivil genutzte fläche das ist ein sehr abstraktes thema aber es kamen ein paar konkrete ansätze von unseren lesern und deswegen würde ich gerne von ihnen einfach mal so in zwei minuten wissen wie das jetzt mit der bundeswehr oder dem abzug der bundeswehr weitergehen soll wie eine umwandlung aussehen könnte ja und wie vielleicht dieses gelände sagen wir mal in zehn jahren aussehen könnte frau riedel bitte ja als erstes bleibt natürlich wieder und wieder festzustellen dass wir die tslwr1 am liebsten in kaufbeuren behalten hätten und das ist jetzt auch der anschluss an den vorherigen an die vorherige frage dass wir ja im moment mit diesem irrsinnigen arbeitsplatz abbau konfrontiert sind und da muss ich ehrlich sagen das darf in so einem kreis wie heute schon auch mal benannt werden dass es uns offensichtlich gar nichts gebracht hat dass wir durchgehend unionspolitiker an allen schaltstellen hatten die diese schließung des fliegerhorstes zu verantworten oder auf den weg gebracht haben wir hatten einen herrn von und zu gutenberg wir hatten einen herrn seehofer wir hatten einen herrn stracke wir hatten einen herrn schierer ja wenn ein das thema umtreibt dann und wir haben der gutenberg war zu der zeit gar nicht mehr da es war de maizière aber er hat es auf den weg gebracht und wir hatten sie als oberbürgermeister und es ist sehr verwunderlich dass offensichtlich hier in kaufbeuren trotz des passenden parteibuchs das nicht bekannt war wie sich das entwickelt wird also unsere devise ist wir halten was zu halten ist die neueste nachricht mit der inhouse ausschreibung ist natürlich in gewisser weise erfreulich wir hoffen dass die das müssen wir vielleicht in einem satz erklären ja wollen sie es machen es geht um eine nachfolge nutzung auf dem fliegerhaus bei der flugsicherungsausbildung da geht es aber um eine relativ kleine einheit also da geht es um kleine flächen letztendlich aber doch eine möglichkeit um diese ausbildung hier zu behalten herr bosse sie haben aber eben ein bisschen ärgerlich reagiert als es diesen rückblick von frau riedel gab es ist ja es ist ja unglaublich wenn man meint eine strukturreform der streitkräfte nach parteipolitischen und nach möglichkeit noch lokal parteipolitischen präferenzen ausrichten zu können da würde ja die spd im bunter rasen tun wenn am schluss nur dort die standorte geschlossen werden wo die bürgermeister vom falschen glauben sind frau didl also das ist die lachnummer schlechthin die streitkräfte haben hier knallhart ihr eigenes konzept durchgezogen und zwar ohne rücksicht auf irgendwelche parteifarben oder sonst irgendwas man muss wissen dass die luftwaffe das höchste budget hat innerhalb der streitkräfte und dass die luftwaffe sich umstrukturieren musste um ihre fähigkeiten zu erhalten und deswegen dringend kostenreduzierung betreiben musste das ist mittlerweile auch im militärischen bereich völlig klar also hier ging es nicht um den standort oder den standort sondern es ging darum ein konzept durchzusetzen und das haben die streitkräfte getan verstehe ich sie richtig frau riedel dass sie herrn brosse fehlenden politischen druck vorwerfen einerseits ja aber es ist doch so wenn wir wissen dass eine struck eine ein gebiet wie das umkauf bäuerin oder eine region sowieso strukturschwach ist dann kann ich ein konzept haben hin oder her ich bin doch dann auch aufgerufen zu überlegen wie setze ich dieses konzept und in welcher region um und uns nimmt man 66 prozent der arbeitsplätze im bereich der streitkräfte und ich denke es hätte andere gebiete gegeben die das leichter verschmerzt hätten die das leichter verkraftet hätten und da muss ich einfach sagen wäre doch eine absprache untereinander vonnöten gewesen und eine ein hinschauen ein genaues hinschauen wo streiche ich denn wo gehe ich denn hin mit meiner reform es hätte sicher andere gebiete gegeben dir das wesentlich leichter herr bosse haben sie da eine entwicklung verschlafen oder also das was frau riedel sagt stimmt natürlich nur zum teil strukturschwach in deutschland ist nicht bayern sondern strukturschwach ist der norden und der osten und ich habe den verteidigungsminister de messier so verstanden dass er die strukturschwäche berücksichtigen will wenn er eine auswahlmöglichkeit hat das heißt wenn zwei standorte zur disposition stehen dann wird er den schließen der in der strukturschwacheren region liegt so jetzt konkurrieren wir hier mit faßberg in niedersachsen die sind wirtschaftlich nicht besser als wir und da wird wahrscheinlich im verteidigungsministerium auch sagen leute das ist südbayern das ist prosperierende gegend da sind wir zu kleinräumig frau diedl als dass man sagen könnte wir sind strukturschwach wir wären strukturschwach wenn wir in manchem spg bundesland angesiedelt wären wären wir das nicht mehr also schauen sie mal wenn wir in mecklenburg vorpommern oder sonst irgendwo wären dann wären wir an der spitze der entwicklung dummerweise liegen wir in bayern und werden mit bayern verglichen und da schaut es halt ganz anders aus ja da haben wir die rote laterne das stimmt nur in verschiedenen bei den kreisfreien städten nur im bereich der wirtschaftskraft frau diedl nicht zum beispiel beim bereich demografie nicht beim bereich lebensqualität da liegen wir deutlich besser als die anderen sie müssen immer die richtigen rankings auch anziehen ja und wenn sie prognost nehmen dann liegen wir da im ersten drittel deutschlandweit und das sind ja die dinge wo auch ein verteidigungsministerium sagt was ist denn da los so schlecht geht es denen ja nicht die können das kompensieren darf ich zu meiner ursprünglichen frage zurückkehren frau riedel wo sehen sie das fliegerhorst gelände in zehn jahren was was wird es da geben also ich als erstes möchte ich vorausschicken dass wir überhaupt noch nicht wissen wann es überhaupt weitergeht aber sie können ja mal ein bisschen träumen alles so kommt wie es uns bis jetzt aufgezeigt ist dann wünsche ich mir dort eine mischung aus gewerbe eine mischung aus freizeitangeboten aus wohnangeboten wir brauchen nämlich neue wohnungen und ich wünsche mir dort auch einen bereich in dem die bildung weiter vorangetrieben wird wir wissen ja dass dort sehr viele bildungseinrichtungen oder hörsäle schulungsräume vorhanden sind das wäre sicher sinnvoll in der nachnutzung und ich wünsche mir vor allen dingen dass das in zusammenarbeit oder auch unter der einflussnahme der bürgerschaft stattfinden kann ich vermute herr bosse sie werden mir die frage gleich noch beantworten bei unserer leser befragung gab es da ganz konkrete vorstellungen übrigens zur zukunft des fliegerhorstes eine leserin wünscht sich dort beispielsweise eine shopping mall ähnlich wie in ingolstadt und ich zitiere sie jetzt mal das wäre hier in der region absolut einzigartig und sensationell und würde kaufbeuren mit sicherheit wieder einen aufschwung geben also noch eine shopping mall auf der anderen seite hat die stadt an einem europäischen wettbewerb namens europan teilgenommen der ein geradezu ideen reigen gebracht hat da geht es von der magnet schwebe bahn bis zu einem windkraftwerk an seilen herr bosse ist das eigentlich klumpe steuergeldverschwendung oder oder sind das tatsächlich ernstzunehmende visionen ja zunächst weiß man ja vorher nicht was hinterher rauskommt aber sie hätten sich denken können das weiß ich nicht also dieser wettbewerb ist ja so gefeiert worden dass man dem neuen baureferenten sogar vorgeworfen hat dass er nicht schon vor beginn seiner amtszeit an verschiedenen veranstaltungen teilgenommen hat also der ist hoffnungslos überhöht worden dieser wettbewerb von anfang an weil wir tatsächlich eine situation haben die zur stadt passen muss wo individuelle kenntnisse auch der situation kaufbeuren erforderlich sind und es ist eben so dass wir dort mit großer wahrscheinlichkeit keine wohnnutzung benötigen werden absehbar und dass auch die gewerbeflächen mutmaßlich eher an der w12 entwickelt werden als dort das heißt es gibt gewisse ideen und es gibt immer die chance das habe ich auch wiederholt gesagt es gibt die chance dass tatsächlich jemand sagt ich habe da so eine tolle idee vor der kulisse dass der dann auch noch ein investor findet und sagt das mache ich aber sehr unwahrscheinlich und sehe ich jetzt in dem fall auch nicht verwirklicht wie geht es weiter wir müssen uns von dem zeitplan der streitkräfte unabhängig machen sonst kommen wir überhaupt nicht in die gänge das heißt wir müssen versuchen die bundeswehr so lange wie möglich in kaufbeuren zu halten ich könnte mir vorstellen dass wir eine teilentwicklung des geländes betreiben so wie es auch der generalinspektor der luftwaffe bereits 2011 in aussicht gestellt hat der general kreuziger jannik hat damals gesagt er geht davon aus dass man bereits 2012 die startlandebahn nicht mehr benötigt jetzt müssen wir danach fragen ob es die möglichkeit gibt den süden frei zu bekommen für entwicklungen und im norden des geländes die bundeswehr so lang wie möglich in kaufbeuren zu halten überhaupt keine frage jetzt entwerfen sie aber bitte auch eine persönliche vision in zehn jahren was passiert ich habe gesagt für uns ist das maß der dinge die 10 h formel des ministerpräsidenten allerdings umgelegt auf das gelände das heißt für uns geht es um zehn arbeitsplätze je hektar das muss die größenordnung sein wir können dieses gelände nicht vergeuden indem wir da photovoltaik anlagen drauf stellen oder sonstige flächen fraß nutzungen unterbringen wir haben immer wieder anfragen zum thema testgelände testgelände automobilindustrie testgelände landwirtschaft wir sind für so eine nutzung grundsätzlich offen wenn viele viele arbeitsplätze damit einhergehen das heißt ein testgelände ohne forschung und entwicklungszentrum kann ich mir nicht vorstellen wenn so ein zentrum mitkommt dann wäre sowas auf jeden fall nachdenkenswert frau riedlich denke sie möchten auch noch was zum europaren wettbewerb sagen kann es sein ja also der europaren wettbewerb ist natürlich eine große chance einfach die ideen aufzugreifen ich sehe nicht dass er überhöht ist weil wenn man so eine große fläche zur verfügung hat dann tut schon gut wenn man ideen hat die einfach auch einem denk anstöße geben und der siegerpreis oder der siegerentwurf hat uns ja ganz deutlich eine version aufgezeigt die ja gar nicht so weit weg ist von dem was der herr bosse gerade gesagt hat dass wir eben stück für stück entwickeln dass dort das in sogenannten clustern entwickelt wird das heißt dass also einzelne abschnitte auch unabhängig voneinander betrachtet werden können und das von im bedarfsfalle eben diese einzelnen abschnitte auch individuell genutzt werden können und das ist der reiz dieses entwurfs ein wichtiger punkt bei der umwandlung des fliegerhorstes in zivil genutzte flächen ist sicherlich die verkehrsanbindung die ich gerne als letzten punkt jetzt unseres themenkomplexes diskutieren würde allerdings ein bisschen abgekoppelt vom von der bundeswehr und ich komme jetzt wieder auf unsere kleine leser umfrage und da frage ich sie was haben schlaglöcher problem kreisverkehre staus in der sudetenstraße und rund um mich spittel mühkreuzung und natürlich der grüne pfeil gemeinsam ja sie beschäftigen offenbar unsere leser ganz stark und deswegen die frage an sie herr bosse was ist für sie eine intelligente verkehrspolitik also eine intelligente verkehrspolitik versucht die aspekte verkehrssicherheit und verkehrsfluss unter einen hut zu bekommen und da sind wir tatsächlich jetzt auf dem weg wir müssen ein bisschen aus der hysterie rauskommen die wir ja an den tag legen seit wir in dieser unsäglichen statistik der schadensversicherer deutschlandweit auf platz eins waren seit diesem tag redet ja jeder mit und sagt haben sie die hysterie nicht selbst geschwürt herr bosse die hysterie ist durch die medien zustande gekommen bundesweit jahr für jahr sind sie über uns hergefallen und haben sich mit diesem thema beschäftigt und ich habe keinen anteil an einer bildzeitung seite eins schlagzeile deutschlands dürmste autofahrer das hat mich geschockt das hat mich geärgert und ich habe jetzt seit jahren darum gekämpft dass wir das weg bekommen ich bin heilfroh dass wir jetzt die ersten erfolge haben und jetzt noch mal auf die frage zurück wir müssen die verkehrssicherheit mit dem verkehrsfluss in einklang bringen das heißt da zugeständnisse an die sicherheit machen wo wir probleme haben und wir sind ganz erfolgreich das darf man nicht vergessen wir haben jetzt im letzten jahr allein bei den schwer verletzten im stadtgebiet kaufbeuren 15 prozent weniger und das ist ein riesen erfolg ja frau riedl grüner pfeil grüner pfeil man darf unter bestimmten voraussetzungen an der roten ampel nach rechts abbiegen das ist richtig herr bosse wie ich das sage oder gott sei dank das haben sie richtig gesagt erst wird der grüne pfeil abgeschafft die emotionen gehen hoch dann wird er langsam wieder eingeführt aber offensichtlich nicht an den stellen wo es die menschen gerne hätten wie stehen sie eigentlich zum grünen pfeil also grundsätzlich ist der grüne pfeil ja eine sinnvolle angelegenheit wir haben versucht das rauszufinden warum ist die sind wir in dieser versicherung summe in dieser versicherungsprämie so schlecht dran warum sind wir angeblich die dümmsten autofahrer was ich nicht glaube und haben ein verkehrsgutachten in auftrag gegeben das hat uns ein stückchen geld gekostet und wenn man sich aufmacht ein gut achten in auftrag zu geben dann ist man nach meiner auffassung auch gut beraten wenn man hinterher das was rausgefunden wurde genau anschaut und bei der gelegenheit haben wir eben feststellen müssen dass an vielen stellen wo ein grüner pfeil angebracht war erhebliche gefahren stellen waren und dass dort auch personenschäden waren und dass wir wissen eben aus diesem aus der versicherungsprämien geschichte dass die personenschäden naturgemäß immer am meisten zu buch geschlagen abgesehen von dem schicksal und der tragik die sich hinter so einem unfall verbirgt und wir haben dann aufgrund dessen eben die grünen pfeile als erstes abmontiert jetzt sind zwei oder drei wieder da an stellen wo es aber personenschäden gegeben hat werden sie nicht wieder angebracht dass ich erkenne da so eine gewisse einigkeit wenn sie auch von wir sprechen dann sprechen sie ja also ich meine wir haben ja wir haben ja im stadtrat das mehrheitlich beschlossen dass wir das gut achten wollen und schluss sogar einstimmig ja wann kommt denn der nächste grüne pfeil an den hochstadt weg wann wird er da wieder aufgehängt also das das ist das was viele leser offensichtlich da muss man ja also zunächst mal die seite von der bur und straße kommend da hatten wir mehrere schwere verkehrsunfälle da dürfen wir es überhaupt nicht mehr anbringen das ist auch nachvollziehbar warum die unfälle dort passieren auf der anderen seite am hochstadt weg ist es jetzt schwierig weil wir auf der gegenüberliegenden seite ein grünsignal haben für die links abbieger wir hatten dort in der vergangenheit immer die kollisionsfrage wer aus dem haken gekommen ist und links abbiegen wollte der war mit den rechts abbiegern aus dem hochstadt weg mit dem grünen pfeil konfrontiert und es gab immer wieder streit wer hat jetzt recht ich sag's ihnen recht haben die aus der bur und straße kam das hat aber niemand was geholfen und da gibt es mittlerweile sehr viele positive rückmeldungen dass die leute sagen seite den grünen links abbieger leuchtpfeil habt ist die sache klar geregelt dann wird die kreuzung geräumt und wir schaffen es in der regel sehr zügig rauszukommen also insofern sagen wir momentan eigentlich kein handlungsbedarf und keine handlungsmöglichkeit an dieser stelle ein kurzer schlenker zur ost tangente die ja mittlerweile wieder im gespräch ist also die die stadtspange zwischen der b16 im süden der stadt und der b16 norden der stadt so kann man das glaube ich zusammenfassen frau riedel ost tangente wie geht es ihnen wenn sie von der ost tangente hören und ausbau der ost tangente gemischt geht es mir da also erstmal wäre die ost tangente sicher eine schöne möglichkeit um die innenstadt die spittelmühle die straße am graben zu entlasten das fußgänger und radfahrer freundlicher zu gestalten aber ich sehe das ganz große finanzierungsproblem und ich sehe auch das problem die straße tatsächlich zu bauen die anlieger in der frauenschuhstraße sind nicht begeistert es ist ein riesiger logistischer aufwand und ich denke solange wir unseren haushalt nicht anders aufstellen können wieder leider stichwort sechs millionen klinikum werden wir da gar nicht dran denken dürfen also die gleichen dinge die die stadtpolitik vor jahrzehnten schon beschäftigt hat vermutlich mal herr bosse sehen sie es auch so ist das unrealistisch also zunächst mal ist es auf jeden fall ein kraftakt nicht umsonst hat die stadt dieses projekt nicht weiter verfolgt obwohl in dem bereich zwischen elefantenklo und augsburger straße baurecht besteht jetzt gehen wir ran weil auch der freistaat bayern hier seine höchstmögliche förderungen aus sich gestellt hat nach dem gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und dann ist es auch stemmbar und machbar derzeit laufen untersuchungen was das kostet wir haben eine kostenberechnung von vor 20 jahren die ist mit sicherheit nicht mehr aktuell es haben sich mittlerweile auch die sicherheitsanforderungen in diesen tunnels geändert sie müssen anders belüften sie müssen rettungsstollen auch bei dieser länge reinbekommen sagen sie mal eine hausnummer also ich denke dass wir insgesamt über 20 millionen euro reden für diesen abschnitt und wenn wir da eine 80 oder 90 prozentige förderung bekommen dann wird es für den haushalt darstellbar wenn es wesentlich teurer wird und die förderung niedriger ausfällt dann wird schwierig aber ich bin da eigentlich momentan ganz guter dinge dass wir da rangehen können und wie gesagt wir werden den stadtrat damit bald beschäftigen weil wir baurecht haben und die sache auch nutzen wollen solange auch diese förderzusagen des freistaates bayern so bestehen wir haben jetzt viel über autoverkehr geredet intelligente verkehrspolitik kann aber auch bedeuten autofahrer dazu zu bewegen ihren wagen stehen zu lassen umzusteigen auf bus und bahn rad ja oder auch vielleicht mal zu fuß zu gehen frau riedel wann sind sie denn das letzte mal rad gefahren jetzt erwischen sie mich am falschen fuß das war im herbst das war im herbst gebe es ehrlich zu seitdem bin ich überwiegend oder ausschließlich mit dem auto unterwegs ja dann kommen wir auf die radwege lieber wie sieht es denn aus eine oberbürgermeisterin katrin riedel was würde die für die für den radwegeausbau tun komplexes thema also als erstes als erstes haben wir ja auch hier wieder im verkehrsgutachten viele schwerpunkte oder mehrere schwerpunkte will ich mal sagen wo der radfahrer in gefahr ist also ich denke auf jeden fall an der sudetenstraße draußen ist dringender handlungsbedarf dann haben wir auch in der innenstadt einige bereiche wo wir auf die radfahrer mehr achten müssen es hat ja im bereich des radwegebaus einen paradigmenwechsel gegeben also früher hat man die radwegen praktisch auf den gehsteig mit verlegt oder man hat gesagt die müssen weg von der fahrbahn das hat sich ja verändert also es ist jetzt eine fahrspur die mit in der autospur oder neben der autospur sozusagen führt was ich auf jeden fall favorisieren würde wäre die geschichte die wir jetzt am neuen markt wenn der bauabschnitt 4 dann im nächsten jahr realisiert wird schon angedacht haben mit der modernen radwegeführung wo die radfahrer eben an der kreuzung wenn sie abbiegen möchten ein in eine aufstellspur in eine aufstellung position gebracht werden wo sie in das blickfeld des autofahrers gelangen also wir haben uns ja sehr das heißt wir nicht aber die stärkste fraktion im stadtrat hat sich sehr schwer getan mit dieser planung im im bauabschnitt vier es hat dort also großen auflauf geben müssen es hat probeverkehr probe straßen auch das umstritten ich glaube die kaufbeurer neugabel und da müssen sich da erst mal daran gewöhnen in anderen städten wobei ich sagen würde es gibt ja ausgewiesene radfahrer städte freiburg zum beispiel da ist es seit jahren einfach die gängige praxis und man hat dort sehr gute erfahrungen gemacht und ich sage jetzt mal ich glaube nicht ich glaube weder dass die kaufbeurer die dümmsten autofahrer sind noch glaube ich dass die kaufbeurer die dümmsten radler sind also das wird funktionieren wir dürfen ruhig auch mal die erfahrungen aus anderen städten annehmen also sie werden auch nicht die dümmsten busfahrer sein herr brosse wann sind sie zuletzt bus gefahren ich denke letztes jahr mit einem reisebus nach brüssel wird die letzte bus das habe ich jetzt nicht gemeint aber das haben sie nicht gar erwarten sie mal stopp ich war stopp lüge ich war in in new york war ich mit dem bus unterwegs in new york war ich mit dem bus unter metro unterwegs das war im august letzten jahr also lassen wir das thema ich will sie ja nicht quälen ja aber radfahren hätte ich ihnen beantworten können ich bin letzte woche zur jahresversammlung des freundeskreises unter zeugen mit dem rad gekommen und dann zu aufbruch umbruch runtergefahren zum stadtsaal und habe das in minimal zeit geschafft das wollen wir alle gewundert so leicht bekleidet mir das antun konnte ja also ich fahre eher mit dem rad als mit dem bus im übrigen also das muss jetzt zu ehrenrettung gesagt werden bin schon begeisterter jetzt lassen sie mich doch mal meine frage endlich ich wollte ihnen vorhin schon sagen dass ich letzte woche in neugabel uns ein döner gekauft habe mit meiner tochter aber sie haben es mich ja nicht gefragt also jetzt aber also ihre essgewohnheiten wollen wir jetzt nicht thematisieren aber sehr gut wie herr boss jetzt wie lässt sich denn der öPNV und davon reden wir ja jetzt und nicht über döner attraktiver machen auch wenn das jetzt natürlich keine direkte aufgabe der stadt ist natürlich ist es eine aufgabe der stadt öPNV haben sie gesagt also nicht nur radverkehr öffentlicher personennahverkehr alles miteinander also wir sind ja was die radwege angeht also ich meine jetzt ist es macht ja eine privatfirma letztendlich die stellt ja die busse zur verfügung also reden wir über die busse jetzt wir reden über die linien busse über die linien busse bei denen zahlt die hat ja momentan 450.000 euro im jahr also wir geben jedes jahr aus dem städtischen haushalt 450.000 euro dass der busverkehr in dieser form abgewickelt wird wir subventionieren damit auch bereiche die nicht wirtschaftlich betrieben werden können also wir geben geld dass der bus stattfindet nur dass man mal eine größenordnung hat wenn wir einen zusätzlichen bus nach neugabel uns zum beispiel nachts laufen lassen wollten das würde uns etwa 15.000 euro im jahr kosten also das ist die größenordnung von wo man ausgehen muss momentan läuft das bussystem so dass wir bis nach gablons bis mitternacht den verkehr anbieten in die übrigen stadtteile meistens bis sechs halb sieben am abend und dann stellen wir um auf ast also auf das anruf sammeltaxi das auch relativ komfortabel ist man muss es vorher anmelden man kann von der busshaltestelle wegfahren und es kostet einen kleinen aufschlag aber es ist auf jeden fall vertretbar und mit dem konzeptzimmer denke ich ganz erfolgreich unterwegs ja herr bosse damit frau riedel damit wollen wir schließen unseren themenblock das war jetzt auch teilweise harte kost deswegen denke ich ist es jetzt zeit für etwas entspannung und musik und da haben uns die jungen streichhölzer wieder etwas zu bieten nämlich das musikstück lago aus dem winter von vivaldi bitteschön schlusser herr bitteschön herr bitteschön herr bitteschön herr bitteschön Vielen Dank. 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 Okay, das ist sehr schade. Handy wäre eine gute Antwort. Handy ist eine gute Antwort. Ja, leider. Handy. Gut. Erinnern Sie sich an Ihren ersten Kuss? Ja. Möchten Sie uns teilhaben lassen? Fachoberschule, Fachoberschule, Sie kamen aus der Gegend von Buchlohe. Wir hatten beide zu viel getrunken und der Abend nahm dann so einen seltsamen Verlauf irgendwie. Ja, aber ich war schon 17, also ich war ein Spätzünder, also ich war ein Spätzünder, wo fahren Sie hin, wenn Sie mal unerkannt bleiben wollen? Ja, da gibt es nicht mehr, 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 da gibt es eine kleine Hütte, die ich nutzen kann, ich habe mich vor die Hütte rausgelegt, weil ich am liebsten unter dem Sternenhimmel schlafe. Ich habe morgens um 5 kommen drei Neugablonzer und sagen, guten Morgen, Herr Oberbürgermeister. Ich habe gemeint, das gibt es nicht, also es ist unglaublich, es ist unglaublich. Die haben mich geweckt. Die wollten den Sonnenaufgang anschauen, also ganz realistisch oder die Story hat sich tatsächlich so zugetragen. Ihr Lieblingsplatz in Kaufbeuren? Skihütte mag ich sehr gern, insbesondere Sonnenaufgang von der Skihütte aus, ist sehr schön. Also nicht nur Sonnenaufgang am Ackenstein, auch an der Skihütte? Genau. Beatles oder Stones? Stones. Wer kann sperriger sein, die Polizeischüler an der Fachhochschule oder die Mitarbeiter im Rathaus? Die Mitarbeiter im Rathaus, eindeutig. Polizeischüler, das ist eine ganz angenehme... Die sind noch diszipliniert, oder? Die schauen einem auf die Schulter und dann funktionieren die Dinge eben. Okay. Singen Sie unter der Dusche? Ja. Was? Meistens, wie heißt das, Nabucco, Flieh, Gedank. Den Gefangenenkorb. Ja, ja, klar. Das ist mein Lieblingslied. Ich komme da nicht mehr weg davon. Sie lieben die Allgäuer Berge, haben Sie gerade auch schon angesprochen. Der höchste Gipfel, den Sie zu Fuß erklommen haben. Also auch nicht unten, die Seilbahn, und dann zum Ackensteinhof. Das ist auf jeden Fall die Zugspitze, da bin ich, da war ich auf jeden Fall. Allgäuer Berge? Allgäuer Berge, der höchste ist der Hochvogel, der Hochvogel ist nicht Allgäuer, sondern die Hochplatte. Auf der Hochplatte war ich auch schon, das ist 2208 Meter oder so. Wirklich zu Fuß? Ja, klar. Wie wollen Sie sonst auf die Hochplatte kommen? Da müssen Sie hinter ins Kenzental und dann geht es nur zu Fuß hoch. Ihr größtes Glück im Leben? Meine Kinder. Ihr Lieblingsautor? Also ich habe wirklich bei Karl May alles rauf und runter gelesen, aber das ist schon lange her. So viel Karl May, also wie ich bei Karl May gelesen habe, sonst nirgendwo mehr. Sie sagen, Gelassenheit ist Ihre große Stärke. Was bringt Sie so richtig auf die Bäume? Egoismus. Egoismus von Einzelnen oder von Gruppen. Auch von Stadträten? Egoismus ist generell ein Thema, wo ich mir schwer tue, wenn man einer Gemeinschaft verpflichtet ist und Leute nur ihren eigenen Fokus haben und nur ihre Interessen durchsetzen, da kann ich schon mal ganz wütend werden. FC Bayern oder 1860 München? FC Bayern. Wie viel Geld haben Sie gerade in der Tasche? Ich würde sagen, es sind ungefähr so 25 Euro und 27 Cent. Sie wollen hinterher nicht mehr Champagner ordern, das wissen wir jetzt. Sollen wir nachschauen? Herr Kaufbeurer Bürgermeister ist Ihr Traumberuf. Was wäre für Sie ein Albtraum? Ein Albtraum als Beruf, meinen Sie jetzt? Also ich hatte als Kind immer Angst, einen Beruf zu haben, wo ich letztlich den Feierabend herbeisehne. Ich habe schreckliche Erinnerungen an ein Praktikum bei Kolping, wo ich an einer Drehmaschine stand, mich permanent verletzt habe. Ich bin tatsächlich kein Metallarbeiter und kein Handwerker und sollte von solchen Maschinen ferngehalten werden. Whisky oder Cognac? Whisky. Beten Sie? Ja. Können Sie besser einparken oder besser zuhören? Zuhören. Sie haben zwei Töchter im Teenageralter. Was finden Sie an der Jugend von heute megacool? Also megacool ist die Unkompliziertheit, die Weltoffenheit, die Bereitschaft, auch andere Dinge zu tun. Die Große will jetzt in die Staaten ein Jahr. Ich bin wirklich sprachlos. Aber sie wird es durchziehen. Steak oder Mehlspeise? Steak. Sie sind stellvertretender Vorsitzender des Allgäuer Hilfsfonds. Wann haben Sie zuletzt für wen etwas gespendet? Ich spende ja laufend bei verschiedenen Veranstaltungen. Also mir fällt jetzt spontan die Bürgerstiftung ein beim Weihnachtskonzert. Also privat jetzt, als Privatperson nicht aus dem Etat des Oberbürgermeisters? Also die Spenden sind üblicherweise Sache von mir privat. Es gibt Bürger oder Vereine, die an die Stadt schreiben und Unterstützung für eine Veranstaltung bitten. Das ist Verfügungsmittel. Aber privat sage ich jetzt mal Bürgerstiftung auf jeden Fall. Gut. Ihre Lieblingsrolle beim Tänzelfest? Also eigentlich war die schönste Zeit die in der Knabenkapelle. Ich weiß nicht, ob das als Rolle durchgeht. Aber das war wirklich toll. Schon mal eine Mutprobe bestanden? Ja. Welche? Mehrere. Nur eine reicht. Auch unsinnige Sachen. Sind Mutproben meistens? Also eine war sehr schmerzhaft und mit unangenehmen Ausgang. Da haben wir mit Pfeil und Bogen geschossen. Und dummerweise hat mich der Pfeil dann getroffen, meine Damen und Herren. Aber es ist alles nochmal glimpflich abgegangen. Ich habe mein Auge behalten, obwohl das ziemlich auf der Kippe stand. Der Gegner lebt auch noch. Ja, der Gegner lebt noch. Wir verstehen uns gut und sehen uns hin und wieder. Werden Ihnen die Plakate an der Spittelmühle aus heutiger Sicht eher schaden oder nutzen? Eher schaden. Sie reisen gerne? In welchem Land möchten Sie nach der Wahl am liebsten eine Auszeit nehmen? Italien. Ist schon festgemacht. Ich fahre nach Italien, nach Sizilien. Ich liebe Italien. Wir werden Ferrara vorbeischauen und das ist wunderschön. Gut, das war es auch schon. Sie dürfen sich widersetzen. Danke. Und ich darf Frau Riedl zu mir bitten. Kriege ich die gleichen Fragen? Nein, das wäre ja langweilig, Frau Riedl. Aber auch für Sie gilt, wenn Sie eine Frage nicht beantworten möchten, einfach weiter sagen. Danke. Ihre Lieblingsblumen? Rosen. Ihr großes politisches Vorbild? Willy Brandt. Bier oder Wein? Wein. Was für eine Frage. Ihr Lieblingsplatz in Kopfbeuren? Auch die Skihütte. Da treffen wir Sie dann öfter zusammen. Nein, ist noch nicht vorgekommen. Frauen Eishockey oder Frauenfußball? Na, dann lieber Frauenfußball. Wenn es denn sein muss. Ja, der Eishockey ist mir grundsätzlich ein bisschen zu hart. Zu schnell oder zu hart. Sie bezeichnen sich selbst als warmherzig. In welcher Situation giftiert Ihnen das Blut in den Adern? Oh, bei Intoleranz zum Beispiel. Ihr Rückzugsort? Mein Zuhause. Findet sich in Ihrem Kleiderschrank etwas, von dem Sie sich nicht trennen können? Ja. Was? Mein Brautkleid. Gut, davon glaube ich trennt man sich auch nicht, oder? Eher, ich dachte eher an was Alltägliches. Nö, da forst du dich eigentlich regelmäßig durch. Kein Lieblingspulli irgendwo versteckt? Nö, da bin ich eigentlich immer wieder unterwegs. Konsequent? Ja. Kein Messi? Nein. Wem in der Stadt würden Sie gerne mal so richtig Ihre Meinung sagen und wozu? Auweia. Soll ich da jetzt ehrlich sein? Natürlich. Wir gehen davon aus, dass Sie hier immer ehrlich sind, den ganzen Abend. Ja, es gibt da einen Stadtrat in der schwarzen Fraktion, dem würde ich gerne mal die Meinung sagen. Namen nenne ich jetzt keine. Ja, 20 Stadträte in der schwarzen Fraktion wollen wir den Kreis noch etwas eingrenzen. Wir sind bei einem Mann angekommen. Ja, der hat was mit Bauen zu tun. Da gibt es auch mehrere im Stadtrat. Er kandidiert nicht mehr. Ja, kann man so sagen. Wir haben das Rätsel gelöst. Herr Bauernfeind, sind Sie da? Gut. Welches Auto fahren Sie? Ich fahre einen ganz normalen Ford C-Max. Und von welchem Auto träumen Sie? Ich träume von einem Opel Signum. Ihre Lieblingsfarbe könnte man auch gleich für das Auto nehmen. Rot. Ist nicht nur politisch, auch in der Wohnung häufig vertreten. Gut. Die Rosen sind ja auch rot, Ihre Lieblingsflüge. Ja, die gibt es aber auch in vielen anderen Farben. Was lesen Sie lieber, Emma oder Brigitte? Brigitte. Ihr Leibgericht. Mein Leibgericht. Ja, das ist ein schönes Steak mit Salat. Schon wieder eine Einigkeit. Mir wird das langsam unheimlich. Das ist auch gesund und trägt nicht so auf, will ich mal sagen. Badewanne oder Dusche? Dusche. Wie entspannen Sie? Also offensichtlich nicht in der Badewanne. Nein. Oh, wie entspanne ich? Zum Beispiel bei Floristik, was eins meiner Steckenpferde ist. Und auch beim Heimwerken. Glauben Sie an Gott? Ja. Sie engagieren sich in der evangelischen Kirche. Wann haben Sie das letzte Mal geflucht und warum? Wann habe ich das letzte Mal geflucht? Das weiß ich. Gestern? Oh, Herr Namn weiß es besser. Oh, nicht. Da muss man helfen. Ich weiß nicht mehr über was. Sie wissen es nicht mehr? Nein, weiß es nicht mehr. Fluchen Sie öfter? Nein. Das macht man doch nicht. Ja, Mann nicht, aber Frau vielleicht. Ein Glücksmoment. Die Geburt meiner Kinder. Sammeln Sie Treuepunkte. Kommt darauf an, für was? Ich dachte jetzt so, wir stehen ja hier vor einer Apotheke, da gab es auch mal solche Taler. Oder man kriegt solche Stempel bei Feneberg zum Beispiel. Wenn es was ist, was man brauchen kann, dann schon. Also eher pragmatisch. Keine Bundeswehrsticker. Nein, das dachte ich jetzt nicht. Ich dachte an Treuepunkte, wo Sie dann nach, was weiß ich, 50 Punkten, 5 Euro Gutschrift kriegen oder so diese Sachen, die ja im Handel gerade wieder irgendwie immer mehr kommen. Oper oder Musical? Wenn Oper. Schon mal Luftgitarre gespielt? Mhm. Zu welcher Musik? Beatles schon mal und natürlich meine Favoriten, die Sie vorhin schon genannt haben. Supertramp, Genesis. Ellen Parsons liebe ich auch sehr. Ihre Stärke? Kochen. Würden Sie Herrn Bosse dann einladen nach der Wahl? Ja. Zu Steak und Salat, oder? Ja, wir hatten, naja, das war, da würde ich sagen, ich befrage den Herrn Bosse erstmal, was er möchte, weil ein bisschen geht es mir ja wie ihm, dass man jetzt Wünsche weit zurückstellen muss und ja. Dann ein schönes Menü. Dankeschön. Das Gemeinwohl steht für Sie an erster Stelle, was kommt an zweiter? Toleranz? Ja, Frau Riedl, dann sind wir schon durch. Das ging aber schnell. Das waren genauso viele Fragen wie an Herrn Bosse. Wir freuen uns nochmal auf unsere jungen Streichhölzer. Und zwar gibt es jetzt Morning Has Broken von Kat Stevens. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank. 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 die sich ihrer Identität bewusst ist und Kaufbeuren hat eine hohe Integrationsfähigkeit, das zeichnet die Stadt aus. Da sind Sie sich einig. Herr Bosse, wie könnte man mehr an die Eigenverantwortlichkeit der Bürger appellieren? Also man muss letztlich, man darf nicht allgemein formulieren, sondern man muss konkrete Dinge benennen und die Bürger um Unterstützung und Mithilfe bitten. Ich habe vorher ein Beispiel genannt, wenn irgendwelche Schadenstellen sind im Straßenraum oder Verkehrszeichen, die schädigt sind, dann ist das ein Auftrag an die Bürger zu sagen, bitte meldet euch, bitte teilt euch mit. Allgemein zu sagen, bringt euch mehr ein, halte ich für relativ wirkungslos. Frau Riedl, wie stehen Sie dazu? Ja, ich bin mit dieser Frage auch öfter konfrontiert, nicht nur im Wahlkampf. Und ich versuche dann immer zu erklären, dass das, was uns allen zur Verfügung steht, wir ja letztlich auch alle über die Steuergelder finanziert haben. Und wenn wir was beschädigen oder sonst irgendwie liederlich damit umgehen, dann ist es letztlich unser aller Eigentum, das kaputt geht. Also immer appellieren? Ja, es bleiben wenig Instrumente. Die Strafe und die Sanktion ist ein Instrument. Wir hatten es ja schon, Kameraüberwachung und so weiter. Genau. Frau Riedl, wie viele Neugablonzer Betriebe haben Sie schon von innen gesehen? Also ich habe das Glück, dass ich einmal in einem klassischen Gablonzer Betrieb ein einjähriges Praktikum machen durfte. Und das war für mich eine sehr wichtige Erfahrung, weil ich seitdem weiß, wie die alte Neugablonzer Industrie, Entschuldigung, alte in Anführungszeichen, strukturiert ist. Und ich habe auch schon das Glück gehabt, zum Beispiel in einem schmuckwarenproduzierenden Betrieb mal reinzuschauen. Und in einen neuen Neugablonzer Betrieb konnte ich bis jetzt, doch bei Bernd war ich mal, bei Bernd. Und bei Prediger war ich auch noch. Herr Bossi, Sie haben wahrscheinlich in Ihrer Funktion als Oberbürgermeister schon zwei Reiche Betriebe besucht. Also ich schätze, dass es ohne weiteres 25 oder mehr waren. Es ist immer wieder spannend, muss man wirklich sagen, weil man sehr häufig in Neugablonz die alte Technik und die alten Produkte neben nagelneuer Produktionsfertigung sieht. Also Hans Schmid ist zum Beispiel so ein Thema, da gibt es wirklich die Schubladen, wo die alten Knöpfe noch drin sind und die Broschen. Und auf der anderen Seite ist eine ganz moderne Stanzmaschine. Spannend war auch Vakuumweinert, tolles Thema. Das ist derjenige, der mit Vakuumtechnik das Sicherheitsmerkmal auf die 50-Euro-Scheine gezaubert hat, der Kipp-Effekt. Das kommt aus Neugablonz, das wissen viele nicht. Und der dritte Favorit, Tomesch, Knopfgasse, Deutschlands größter Spielwürfelhersteller. Wissen die Kaufbeurer nicht, der hat einen Markteinteil in Deutschland von 80 Prozent. Wenn Sie irgendwo in Deutschland einen Spielwürfel kaufen, dann kommt der zu 80 Prozent aus Neugablonz. Also es ist phänomenal. Die verschenke ich auch den Kindern und ich habe eine ganze Sammlung von den Spielwürfeln, fluoreszierend und alles. Also es ist wirklich faszinierend. Wie möchten Sie das Stadtmarketing verbessern, Herr Bossi? Wir sind ja insgesamt nicht schlecht unterwegs. Wir hatten jetzt die Markendiskussion. Da möchte ich auch nochmal sagen, es ist ganz schwer jetzt in der derzeitigen Situation eine Markenentwicklung voranzutreiben. Es ist viel im Umbruch. Wir sind gut beraten, wenn wir uns auf das Thema Allgäu konzentrieren, auf das Thema Europäische Metropolregion München. Mit diesen beiden Dachmarken können wir uns als Stadt auch vernünftig einen sehr großen Kreis präsentieren. Und das halte ich eigentlich für einen zukunftsfähigen Weg. Frau Riedl, sehen Sie da Verbesserungsmöglichkeiten? Also sicherlich haben wir da einen Bereich im Stadtmarketing, wo wir sagen, Kaufbeurin muss noch Fortschritte machen. Das ist ganz klar. Aber der Bossi hat es ja gerade angemerkt. Wir haben im Stadtrat erst jüngst darüber diskutiert. Ich habe mich auch dafür ausgesprochen, dass wir uns nicht verzetteln. Ich habe die Gefahr gesehen, dass das eintreten könnte, wenn wir eine eigene Marke jetzt versuchen, auf die Beine zu stellen. Das würde einen riesigen finanziellen Aufwand auch bedeuten. Und ich denke, dass wir gemeinsam auch unter dem Dach der Marke Allgäu sehr stark werden können. In welchem Stadtteil, Frau Riedl, wohnen Sie selbst? In welchem würden Sie gern wohnen und warum? Ich wohne am Neuen Kesselberg und würde gar nirgendwo anders gerne wohnen wollen. Ist ja auch eine sehr schöne Gegend. Ja. Herr Bosse. Kaufbeurin im Osten draußen und da bin ich aufgewachsen, da bin ich daheim, da kenne ich jeden Baum und da fühle ich mich auch total wohl. Herr Bosse, brauchen wir wirklich so viele Mobilfunkmasten in Kaufbeurin? Eine Leserin hält diese für gesundheitlich bedenklich. Also es ist so, dass die Netzbetreiber wirklich nur so viele Masten aufstellen, wie sie unbedingt brauchen, weil sie für die Masten auch viel Geld investieren. Natürlich sind die uns alle eine Last und sind uns ärgerlich, aber wir können sie auch nicht verhindern. Was wir hier tun, ist, dass wir versuchen, die Dinger zu steuern, dass sie dorthin gehen, wo sie am wenigsten Belastung auslösen. Und da sind wir seit Jahren jetzt auf einem guten Weg und ich meine auch, dass wir die Diskussion jetzt einigermaßen in vernünftige Bahnen gelenkt haben in der Stadt. Herr Riedl, Frau Riedl, Entschuldigung. Sie haben bestimmt auch ein Handy. Sie lehnen die Masten zu viel. Ja, wir müssen uns da ein Stück weit selber an die Nase packen, weil wir ja alle in allen Netzen immer überall Empfang haben möchten. Und das beschert uns natürlich dann diese Vielfalt. Gut ist es nicht. Ich verstehe auch die Bürger, die da Gefahren sehen für sich. Also bei uns ist es auch so am Neuen Kesselberg, dass wir Masten in der Gegend haben. Es ist beunruhigend. Die Gefahren sind nicht letztlich erforscht. Aber solange die technischen Dinge, die wir alle die Handys so exzessiv zum Teil nutzen, ist es halt eine Begleiterscheinung. Ich habe irgendwann mal gehört, dass sich da mal was ändern soll, dass nicht mehr so viele Masken kommen sollen. Wäre wünschenswert. Gut, jetzt kommen noch Fragen an jeweils nur einen von Ihnen. Frau Riedl, wir fangen bei Ihnen gleich an. Sie werden Oberbürgermeisterin. Wie sieht Kaufbeuren dann in zehn Jahren aus? Also wir haben eine sanierte Fußgängerzone, kein Fachmarktzentrum und eine Vielzahl von hochqualifizierten Arbeitsplätzen mehr. Wunderbar. Gleichwertig. Herr Bosse, kann ein Oberbürgermeister guten Gewissens und ohne Interessenskonflikt neben seiner Vollzeitbeschäftigung als Vorstandsvorsitzender in Banken, Energieversorgungsunternehmen und Verbänden arbeiten? Ja, er muss es sogar, weil diese Banken und diese Energieunternehmen unser Eigentum sind. Das sind unsere eigenen Unternehmen und wer, wenn nicht die Kommunalpolitik, soll in diesen Unternehmen Verantwortung übernehmen? Also es ist kein Interessenkonflikt, sondern es ist einfach eine Aufgabenwahrnehmung, die geboten ist. Frau Riedl, werden Sie die Bürger nach ihren Wünschen befragen und daraus ein Gesamtkonzept entwickeln? Werden Sie die Bürger dann an der Umsetzung dieses Konzeptes beteiligen? Also ich denke, wenn die Demokratie langfristig Bestand haben soll, dann wird das der richtige Weg sein. Es ist ja schon angeklungen bei den großen Projekten im Vorrätle zum Beispiel, dann mit dem Fliegerhorst soll Bürgerbeteiligung stattfinden. Und ich denke, diese üblichen Instrumente, dass wir alle paar Jahre an die Wahlurne gehen, das wird auf die Dauer nicht mehr funktionieren. Es wird nur über Bürgerbeteiligung gehen. Herr Bosse, warum, ich zitiere jetzt, lässt sich Kaufbeuren vom Land und vom Bund so jämmerlich hinhalten und abspeisen, siehe Fliegerhorstschließung, Hochschulaußenstelle, Firmenansiedlungen oder Bahnelektrifizierung? Wir könnten ja zur Abwechslung dem Freistaat und der Bundesrepublik den Krieg erklären. Also der Weg ist ganz klar, wir müssen Verhandlungen führen, wir müssen auf unsere Situation aufmerksam machen. Das haben wir sehr eindrücklich getan. Das war sowohl auf der Bundesebene der Fall. Ich erinnere daran, dass der Christian Schmidt dieses Kooperationsprojekt dann auf den Tisch gelegt hat, als wir gesagt haben, so kann es nicht gehen, das trifft uns. Und zuletzt der Besuch vom Ministerpräsident Seehofer war wirklich so angelegt und auch platziert, dass der Ministerpräsident sagt, wir müssen was für Kaufbeuren tun. Das ist zugesagt und ich weiß, dass er das sehr ernst nimmt. Er arbeitet nach. Wir haben fast jeden Tag mittlerweile aus der Staatskanzlei Anfragen zu gewissen Projekten und insofern glaube ich, dass wir da auf einem guten Weg sind. Also nicht Pfeil und Bogen auspacken, verletzte Augen. Der Weg ist immer die Verhandlung, der Weg ist aufmerksam zu machen auf die Situation und da waren wir, glaube ich, ganz erfolgreich. Frau Riedl, verstehen Sie gut Englisch? Kommt drauf an. Sie meinen auf die Sparte, ob Sie sich im Urlaub unterhalten, wirtschaftsenglisch. Genau, genau. Also für den Urlaub reicht es. Für den Urlaub reicht es, auf jeden Fall. Sie können mit Herrn Bosse in New York Bus fahren und Sie können sich verständigen. Das klappt auch. Wunderbar. Herr Bosse, wie viel Echtzeit für Sie privat gibt es? Also es gibt eine Untersuchung vom Städtetag, die auch für mich nachvollziehbar zutrifft. Ich habe eine Arbeitsbelastung von etwa 85 Stunden jede Woche und dann können Sie ausrechnen, wie viel man noch zum Schlafen braucht. Da bleibt nicht mehr allzu viel Zeit, um Bus zu fahren. Um auf die Frage vorhin zu reflektieren. Also es ist in der Tat sehr begrenzt. Man muss wirklich um einen freien Tag kämpfen in diesem Amt. Frau Riedl, was werden Sie für Migranten tun, wenn Sie gewählt werden? Ja, wir haben in der vergangenen Woche das Asylbewerberheim besucht und haben danach ein langes Gespräch mit dem Arbeitskreis Asyl geführt. Und ich denke, in Anbetracht der Tatsache, dass wir noch mehr Asylbewerber in Kaufbeuren erwarten, werden wir schon aufgerufen sein, uns da zu engagieren. Es gibt sicher noch sehr viel Handlungsbedarf. Aber ich bin guter Hoffnung, weil wir in Kaufbeuren, wie ich es gerade erwähnt habe, eine hohe Integrationskraft haben und auch viele Ehrenamtliche, die sich bemühen. Herr Bosse, wir kommen jetzt schon zur letzten Frage. Was war Ihre größte Fehlentscheidung als Oberbürgermeister? Gute Frage, auf die habe ich gewartet. Die größte Fehlentscheidung als Oberbürgermeister. Also irgendwie schweifen meine Gedanken um die Christusstatue. Habe ich mir gedacht. Weil es ganz, ganz schwer war, das zu vermitteln. Aber im Kern sage ich, die größte Fehlentscheidung im Zusammenhang mit dieser Christusstatue war möglicherweise, das mit einem größeren Kreis zu besprechen, so wie ich es immer mache, wenn wir Themen haben. Weil relativ schnell klar war, dass das kein Thema für Kaufbeuren sein kann. Aber einer aus dem Kreis eben Frau Mayer informiert hat, die dann die Sache ganz groß aufgezogen hat. Dafür ist die Presse da. Herzlichen Dank an Sie beide für die Beantwortung jetzt im Namen unserer Leser und unserer Besucher für die Fragen. Wenn Sie möchten, haben Sie nun selbst noch die Gelegenheit, jeweils eine Frage an Ihren Mitbewerber zu richten. Möchten Sie und wer möchte anfangen? Ladies first. Ladies first. Was ist Ihre wichtigste Entscheidung für Kaufbeurin? Die wichtigste Entscheidung für Kaufbeurin in den letzten Jahren? In den letzten zehn Jahren? Also auch wenn Sie es nicht gern hören, es war extrem wichtig, dass wir mit dem Landkreis einen gemeinsamen Weg bei den Kliniken eingeschlagen haben. Auch wenn der schmerzhaft und steinig war. Aber es war aus meiner Sicht die schwierigste, aber auch die wichtigste Entscheidung, diesen Weg zu gehen. In der Wichtigkeit gebe ich Ihnen recht, aber wie es ausformuliert wurde, natürlich nicht. Herr Bosse, jetzt dürfen Sie die Schlussfrage sozusagen stellen. Die Schlussfrage an Frau Riedl. Was interessiert mich bei der SPD? Was wäre Ihr Alternativkonzept als Alternative zur Klinikfusion gewesen? Die Klinikfusion ist wahrscheinlich in der Form, wie sie jetzt ist, nicht die zielführende Angelegenheit gewesen, weil wir ja mit der 50-50-Regelung als Kaufbeurin wirklich in die allergrößten Nöte gekommen sind. Ich meine, es ist vollkommen klar, dass ein Euro Schuld in der Stadt von einem Bürger getragen wird und der gleiche Euro Schuld dann im Landkreis von drei Bürgern getragen wird. Das ist ein erheblicher Unterschied. Also diese Regelung, diese 50-50-Regelung, die halte ich eigentlich in der Rückschau betrachtet für den größten Fehler. Also Alternativkonzept wäre gewesen? Wie auch immer, jedenfalls nicht 50-50, weil wir ja... Ja gut, gute Antwort. Nein, wie gesagt, wir haben das Verhältnis 1 zu 3. Also wir sind gut 40.000 Bürger in Kaufbeuren und wir sind 140.000, 150.000 im Landkreis. Also dann wäre die Antwort... Also wir dachten jetzt eigentlich an eine Frage, eine Antwort und wir wollen jetzt um 21.30 Uhr nicht mehr das Fass der Kliniken-Debatte aufmachen. Okay, also auf jeden Fall haben wir beide unseren Standpunkt dargelegt. Wunderbar, dafür danke ich Ihnen und wir kommen nun zur Schlussrunde. Mein lieber Kollege... Ja, Herr Bosse, darf ich Sie zu mir bitten, an diesen wunderbaren Tisch. Hat es Ihnen gefallen? Ja, war nett. Waren wir zu zahm? Offensichtlich. Fand ich schon, ja. Es war also doch jetzt nicht auf große Konfrontation angelegt, sondern es war sehr harmonisch. Haben wir aber alle kein Problem damit. Also es geht nicht um Streiten, wenn, dann geht es um eine argumentative Auseinandersetzung. Die kam ein bisschen kurz, aber sonst fand ich es eine ganz nette Veranstaltung. Jetzt wird es noch netter. Sie dürfen nochmal so richtig Wahlkampf machen, aber nur kurz. Nur kurz, Sie müssen den folgenden Satz vollenden. Ich bin der richtige Oberbürgermeister für diese Stadt, weil... Weil ich offen bin für alle Parteien, für alle Bürgerinnen und Bürger, für alle neuen Vorschläge und unvoreingenommen alles Prüfe und Kaufbeuren voranzubringen. Punkt. Wunderbar. Dankeschön. Es wird immer besser. Wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut. Wir haben in den letzten Wochen Wahlkampfartikel gesammelt von den Parteien, die sich für den Stadtrat bewerben. Und Sie dürfen sich ein Geschenk aussuchen, aber natürlich kein Geschenk der CSU. Ja. Also ich nehme immer was zum Essen. Soll ich Ihnen helfen? Ich finde... Essen haben wir genug. Ja, und schauen Sie mal, da gibt es einen leckeren Apfel. Einen schrumpeligen Apfel von den Grünen. Von den Grünen. Aber garantiert aus ökologischem Anbau. Besser als Döner. Also, ja, unbedingt. Also. Okay. Hat auch nur meine Tochter gegessen. Ach so. Ich war da nur Gast, ja. Bringen Sie eine Apfel Ihrer Tochter mit. Nein, den esse ich jetzt. Und noch eine letzte Frage. Herr Bosse, Sie dürfen sich jemanden aus unserer kleinen Runde aussuchen, einschließlich Herrn Espermüller, den wir jetzt gedanklich wieder ins Boot holen oder auf unserer Bühne, mit dem Sie zu zweit den Wahlabend verbringen würden. Dann nehme ich den Johannes Espermüller. Mit dem Johannes kann man viel Spaß haben. Wunderbar. Ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Und ich darf Sie von der Bühne bitten. Alles klar. Dankeschön. Dankeschön. Und Frau Riedel zu mir bitten. Ja, Sie können sich vorstellen, was jetzt passiert. Das Gleiche wahrscheinlich. Möglicherweise. Aber hat es Ihnen gefallen? Ja. War es in Ordnung für Sie? Ja. Also ich muss sagen, war eine sehr angenehme Atmosphäre. Ja. Publikum war fair, war schön. Okay. Auch für Sie nochmal so richtig Wahlkampf zum Abschluss. Warum? Oder ich muss anders formulieren. Sie sind oder ich bin die richtige Oberbürgermeisterin für diese Stadt, weil? Ich bin Sozialdemokratin und Frau und natürlich durch mein Frau-Sein eine ganz andere Sichtweise auf viele Dinge mitbringe und dadurch auch andere Handlungsansätze in vielen Bereichen. Familie, Soziales, Integration, auch Wirtschaft mit Arbeitsplätzen für Frauen, mit der familienfreundlichen Arbeitszeit, mit Unterbringung für Kinder und so weiter. Das war ein langer Satz. Also bitte alles, nur nicht SPD-Geschenke, schauen Sie mal, viele Süßigkeiten, ein Eiskratzer hier für die eisige Gesellschaft, die wir ja oft beklagen, ein Luftballon. Wir haben auch von der CSU schöne Sachen hier, gucken Sie mal, Stadtkarten, Stadtplan. Ja, ist nicht schlecht, aber ich nehme jetzt, also wir haben auch solche Windrädchen. Die sind sehr beliebt, ja. Ich nehme jetzt die grünen, weil die uns meistens am nächsten sind. Ja, lassen wir mal. Und bringe frischen Wind ins Rathaus. Sehr schön. Und das ist ja hier aus Pappe und nicht aus Plastik, ganz wichtig. Ja, umweltfreundlich, umweltfreundlich. Deswegen auch schon etwas lädiert. Gut, ich hoffe, Sie haben lange Spaß dran, trotz allem. Jetzt sagen Sie mir noch, mit wem aus der Runde würden Sie den Wahlabend verbringen, einschließlich Johannes Espermüller? Einschließlich Johannes Espermüller mit Johannes Espermüller. Gut, scheint ein sehr beliebter Zeitgenosse zu sein. Also wenn er uns hört, er wird sich freuen. Vielen Dank. Ich darf Sie bitten. Alles Gute für Sie. Dankeschön. Wir sind am Ende, meine Damen und Herren, am Ende mit der Zeit und unserer Konzentration, vermute ich mal. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Ich erspare Ihnen ein Fazit angesichts der Bandbreite der Themen, die wir hier abgearbeitet haben. Und ich kann Ihnen nur noch sagen, alles, was hier heute Abend passiert ist, lesen Sie übermorgen in der Allgäuer Zeitung. Hoffe ich zumindest, wenn die Kollegen arbeiten. Und ich bedanke mich auch bei der Musik. Aus dem Trio ist mittlerweile ein Duo geworden. Das hat was mit dem Jugendschutz zu tun. Die Anna-Lena hat uns schon verlassen. Und auf Ihrem Weg zu den Ausgängen hören Sie jetzt noch mal das Stück Greensleeves. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg, einen schönen Restabend. Auf Wiedersehen. Gut, wir treten auf.